Zu dem Zeitpunkt, als ich aufgehört habe, war ich wirklich sehr schnell, sehr doll auf der anderen Seite. In dem Sinne, dass ich gedacht habe, so fuck, was machen wir hier eigentlich? Das ist total krank. Ich war saufroh, nüchtern zu sein. Ich habe nicht wirklich gekämpft. Also als ich diesen Switch gemacht hatte, war ich sehr schnell sehr überzeugt davon, dass ich auch für immer nüchtern sein will. Und deswegen habe ich das auch immer sofort allen Leuten unter die Nase gerieben. Also ich wollte auch provozieren. Ich wollte die Leute auch ein bisschen ärgern damit. Die Gute Gesellschaft Der Interview-Podcast mit Bent-Erik Scholz Die Gute Gesellschaft heißt dieser Podcast. Ich heiße Bent-Erik Scholz und zu einer guten Gesellschaft gehört in der Vorstellung vieler Leute ja auch der gemeinsame Genuss. So wird es ja immer genannt, von Alkohol. Und Alkohol ist ja ein interessantes Thema. Alkohol ist überall um uns herum. Alkohole hinterfragen wir selten. Mir gegenüber sitzt jetzt jemand, der hat das irgendwann mal hinterfragt. Mia Gato. Hallo Mia. Hi, schön hier zu sein. Wie geht's dir? Ganz gut. Ich habe sehr viel geschlafen. Deswegen bin ich so tiefenentspannt. Das ist wunderbar. Tiefenentspannt bist du jetzt. Es gab aber Zeiten in deinem Leben, wo du sehr wild gelebt hast, kann man sagen. Das habe ich in deinem Buch gelesen, das heißt Rausch und Klarheit. Und das hatte auch viel zu tun mit Alkohol. Also Alkohol ist etwas, was in deinem Leben eine gewisse Rolle gespielt hat. Du hast glaube ich auch selber geschrieben, du bist Alkoholikerin. Ja. Man hört ja auch nicht auf, Alkoholiker zu sein. Man ist dann irgendwann trocken, oder? Also das ist eine Frage, die kann man mal extra in einer anderen Podcast-Folge besprechen. Also es gibt da unterschiedliche Meinungen. Ich persönlich nenne mich eigentlich nur Alkoholikerin, weil das die Leute verstehen, was das ist. Also dass es halt bedeutet, dass man mal abhängig war von Alkohol. Aber ich persönlich bin nicht der Ansicht, dass ich für immer krank bin zum Beispiel. Sondern eigentlich bin ich der Ansicht, ich bin jetzt gesund. Okay. Also ich verstehe, ich habe das bisher immer so verstanden, dass man deshalb nicht aufhört, Alkoholiker zu sein, weil diese Suchtspiralen ja immer wieder losgehen können, wenn man diesen Punkt überschreitet. Genau. Also wenn man wieder trinkt, und das denke ich auch bei mir, dass wenn ich wieder trinke, dass ich dann sehr schnell wieder an dem Punkt wäre, an dem ich war, als ich aufgehört habe. Also dass sich das nicht sozusagen normalisiert und man normal trinken kann irgendwann. Genau. Das ist dieses sogenannte Suchtgedächtnis. Du hast ja auch in deinem Buch geschrieben, dass viele Leute sich unter diesem Alkoholismus eben das vorstellen, dass irgendwann dieser Tiefpunkt kommt, den du in dieser Form nicht hattest, so gesehen, oder? Naja, also das ist halt natürlich eine Ansichtssache. Mir sind schlimme Dinge passiert. Ich hatte wegen Alkohol, ich hatte Blackouts, ich habe Dinge getan, die ich nicht nüchtern getan hätte. Ich habe mich verletzt, ich habe mir geschadet, ich habe anderen Leuten geschadet. Weil das kann man natürlich alles als Tiefpunkt werten, aber es war für mich lange Zeit nicht der Grund oder die Veranlassung aufzuhören damit. Und deswegen ist dieses Tiefpunkt, diese Tiefpunkt-Idee, das ist halt irgendwie so ein Modell. Aber ich glaube, das ist nicht wirklich hilfreich, weil alle Leute, die trinken oder die zu viel trinken oder problematisch trinken oder das Gefühl haben, sie sind abhängig, warten sozusagen auf diesen einen krassen Tiefpunkt, der so ganz extrem sein muss, damit sie sich selber sozusagen erlauben, aufhören zu können. Also damit sie sagen können, bei mir ist das jetzt noch nicht so doll. Genau, also wenn du halt nichts als Tiefpunkt wertest, was dir so passiert, kannst du natürlich sagen, naja, brauche ja nicht aufhören, hat ja keinen Tiefpunkt und bei dem anderen Typen, den ich kenne, ist es halt schlimmer, weil der hat seinen Job verloren oder seine Frau oder keine Ahnung. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also dieses Denken so, ja, ich habe ja noch kein Auto irgendwie in die Leitplanke gejagt oder ich habe meine Wohnung noch nicht verloren oder bin in einer anderen Stadt aufgewacht und hatte nichts bei mir oder so. Ja, das ist so irre, dass wir das als Gesellschaft auch so machen. Es ist ja noch nicht so schlimm. Und man denkt sich so, eigentlich sollte man das ja anders betrachten. Eigentlich sollte man das ja so betrachten, wie gut kann es sein oder wie gut sollte es sein. Es ist für mich auch schockierend. Ich habe so ein bisschen jetzt die letzten Tage, weil ich auch dein Buch gelesen habe, mehr so darauf geachtet. Es ist ja überall um uns herum. Jetzt gerade war das Oktoberfest, was ja eine Zelebration des Alkoholkonsums ist. Du schreibst das an deinem Buch, es gibt den Karneval, es gibt die Reeperbahn. Wenn du dich in Berlin in die S-Bahn setzt, siehst du Leute, die da mit einer Bierflasche sitzen. Es ist in Berlin sowieso gang und gäbe. Man sagt so, ja, wir gehen irgendwo aus, aber vorher treffen wir uns an einem Späti, trinken ein Bier auf dem Weg dorthin. Zum guten Essen trinkt man Wein und ja, es ist immer so, Party ist verknüpft mit wir trinken, was weiß ich, Cocktails oder Longdrinks und so weiter. Das ist immer irgendwie da. Und was war bei dir so der erste Moment, wo dir das aufgefallen ist? Weil du hast ja auch in deinem Buch geschrieben, dass das in deiner Familie zum Beispiel Thema war und du das lange gar nicht bemerkt hast. Ja, weil es halt so Normalität war. Das ist halt wie so ein Fisch im Wasser. Also ich war halt wie so ein Fisch im Wasser mit Alkohol. Ich wusste halt nicht genau, was Wasser eigentlich ist, weil es halt überall ist. So und das ist ja auch, also ich meine, in meiner Familie war das schon speziell. Es wurde sehr viel getrunken bei uns und das war sehr normalisiert bei uns. Und es war deswegen auch unauffällig, weil das nicht in der Form eskaliert ist bei uns zu Hause, wie man sich das so vorstellt, wenn man jetzt eine suchtkranke Familie sich vorstellt. Man denkt ja, da gibt es dann Gewalt und der Vater prügelt und so. Das gab es halt bei uns alles nicht, deswegen konnte sich das eigentlich auch noch besser tarnen. Und das erste Mal realisiert, wie allgegenwärtig das ist und wie verrückt auch unsere Beziehung dazu ist, habe ich eigentlich erst, als ich aufgehört habe. Das ist krass, vor allem weil ja bei dir auch die Geschichte ist, dass du ja praktisch, kann man das sagen, du hast einen Vater dadurch verloren? Ja, schon. Also dein Vater war sehr abwesend. Der ist auch am Alkohol gestorben, aber er war schon vorher abwesend. Also er war nicht erreichbar durch seine Abhängigkeit. Seine Abhängigkeit war sehr extrem einfach und deswegen war er in seiner eigenen Bubble sozusagen. Das war ja bei deinem Vater und das zieht sich ja dann auch durch bei weiteren Figuren, die dir im Laufe des Buches begegnen. Heiner zum Beispiel. Dein Vater hat ja so eine gewisse Folklore betrieben. Also das war ein Intellektueller, der war politisch interessiert. Der hat irgendwie auch geschrieben und so und war unterwegs, war auf Geschäftsreisen in der gesamten Welt und dazu war halt immer der Alkohol ein Thema. Und das kennen wir auch so, so James Bond trinkt einen Martini. Charles Bukowski, nüchtern fänden wir langweilig. Warum, also was ist deine These, warum wird das so romantisch dargestellt? Das ist halt Popkultur. Das ist halt, das ist halt Popkultur. Wir wollen halt, wir wollen halt dieses Zeug unbedingt, wir wollen das alle und wir brauchen halt starke Bilder, um uns das auch selber zu verkaufen. Wir wissen ja, das ist Gift. Also wir wissen das ja irgendwie. Auf irgendeiner Ebene weiß das jeder, das ist irgendwie scheiße und dein Körper sagt dir das ja auch. Und deswegen brauchen wir halt starke, schöne, überzeugende Narrative, damit wir einfach weiterhin, dass dieses Selbstbild auch aufrechterhalten können. Es gibt so einen gesellschaftlichen Wunsch oder ein Bedürfnis nach Rausch, kann man glaube ich sagen, oder? Ich glaube, ich würde sagen, das ist ein menschliches, also es ist ja wie Spieltrieb. Das ist ja Neugier eigentlich. Also sich zu berauschen, irgendwie seinen Seinszustand, seinen Bewusstseinszustand, seine Wahrnehmung zu verändern, das ist ja, wenn es verfügbar ist irgendwie und man checkt das und findet das, dann macht man das natürlich, weil es interessant ist. Die Frage, die ich mir immer gestellt habe, sowohl bei eigenen Erfahrungen als auch bei Dingen, die ich irgendwie beobachtet habe, was diesen Rauschzustand angeht und ich wollte dich fragen, wie das mit dir ist. Du bist jetzt seit fünf Jahren mehr als fünf Jahren nüchtern. Sieben, sorry. Also dann war das, was ich gehört habe, da veraltet. Entschuldigung. Ich habe es ein bisschen durch den Podcast dann so durchgeskippt und da hattet ihr irgendwann eine Folge zu fünf Jahren Nüchternheit und da dachte ich so, dass die aktueller wäre. Entschuldigung. Also sieben Jahre. Vielleicht ist dir das aber seitdem auch aufgefallen. Also ich habe mich immer gefragt, wenn ich das so mitbekommen habe, dass Leute sich das über Substanzen holen, sei es Alkohol, sei es in Berlin auch Ketamin oder Leute, die GBL nehmen, was ich ganz, oder GHB, was ich ganz absurd finde, K.O. Tropfen, sich selbst einzuflößen. Ich habe mich immer gefragt, was hindert diese Leute daran, weil das alles, was das ja an Schönheit rausholen kann, ist ja theoretisch auch so vorhanden. Also ich kann zum Beispiel nüchtern feiern gehen und mich berauschen an der Laune der anderen. Ja, hast du, du hast keine Drogenerfahrung, also du bist halt ein unbeschriebenes Blatt, höre ich da so drauf? Ich, wenig, wenig. Ich habe mich hier und da mal ein bisschen, kann ich das sagen, ich glaube es ist verjährt. Ich habe mich hier und da so ein bisschen ausprobiert, aber war dann danach eigentlich immer in so einem Moment, wo ich mir so dachte, das hat mir jetzt nichts gegeben, von dem ich nicht weiß, dass ich es ohne diesen Einfluss an Euphorie zum Beispiel genauso haben könnte. Natürlich, wenn wir jetzt auf einer Halluzinogen-Ebene oder sowas reden, das kriegst du selten einfach mal so raus, aber das ist ja, für viele ist ja der Impetus, so ein bisschen aus sich rauskommen zu wollen. Ja, ach es gibt so viele Gründe. Also ich meine, wahrscheinlich, ich würde immer zu so jemandem sagen, du hast wahrscheinlich einfach gute Selbstregulierungsfähigkeiten, du hast halt, du hast halt guten Zugriff auf das, was du in dir selber gerade brauchst, auf wahrscheinlich Ruheinseln in dir selber oder auch Zugang zu, halt einfach generell in der Emotionspalette. Und brauchst das auch nicht irgendwie durch Fremdeinwirkungen aufdrehen oder runterdrehen. Aber natürlich gibt es Levels von rauschhaften Erfahrungen, die man ohne Substanzen nicht erreichen kann, glaube ich. Hat das auch was mit, ich habe immer das Gefühl, das hat auch viel so mit unterdrückten Traumata zu tun. Was, dass man das will, dass man das nehmen will? Also das, also ich kann das so erzählen, ich habe verschiedene Leute in meinem Freundeskreis, mit denen ich dann darüber gesprochen habe und die mir dann so sagten, so ja, ich kann so an sich nicht aus mir rauskommen. Da ist irgendwas, wovor ich Angst habe. Und diese Angst wird ausgeschaltet durch Konsum von Alkohol, von anderen Drogen und so weiter. Und du beschreibst das auch in deinem Buch, diese Nachkriegsgeneration, in der sehr viel getrunken wurde und halt über das Vergangene nicht gesprochen wurde. Und deshalb habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es da viel darum geht, gewisse Dinge zu unterdrücken. Ja, also ich glaube, wenn man jetzt mal generalisieren will, dann denke ich schon, dass jede, also oder wir bleiben mal beim Alkohol. Alkohol ist ja betäubend, das sediert dich, also das ist die Haupteigenschaft sozusagen, dass es dich irgendwie so ein bisschen weich zeichnet und dich ein bisschen ruhiger macht und so. Und dass sämtliche Gefühle, die du nicht fühlen willst, dadurch betäubt werden können. Deswegen ist halt eigentlich auch jeder Mensch potenzieller dankbarer Konsument von Alkohol, weil jeder hat irgendwelche Gefühle, die er nicht haben will. Sei es halt diese Angst davor, sich der Vergangenheit zu stellen, die Erinnerung an Traumata oder auch einfach so ganz profane Sachen wie Langeweile auf einer Party. Wenn ich mich auf einer Party nicht langweilen will, dann nehme ich halt Alkohol und dann ist halt schnell lustiger, weil ich halt betäubt bin. Nicht, weil es lustiger wird, sondern weil es einfach, weil ich halt weniger merke. Ja, und weil man halt dann auch die Hemmungen so ein bisschen abschaltet und dann so weiß, ich gehe jetzt auf die Person zu, ich quatsche die an. Ja, es wird dir halt, die Sachen werden dir halt egaler. Also, ne, die Angst ist ausgeschaltet, deswegen wird dir halt auch der Gedanke an Ablehnung, der normalerweise ziemlich verstörend sein kann, wird dir halt egaler. Ich habe das bei mir teilweise auch erlebt, wenn ich so Phasen hatte, irgendwie so nach Trennungen oder so und wenn ich dann auf Partys gegangen bin und dann, ich auch dachte, ich trinke jetzt, um das irgendwie zu betäuben, dass ich dann aber gemerkt habe, dass dadurch erst so die Mauer praktisch eingerissen wurde und dieser Schwall dann so wirklich über mich kam. Also für mich hat der Rausch auch immer was mit einer großen Überforderung zu tun. Ja. War das was, was du auch erlebt hast? Mit Alkohol eigentlich nicht. Also überfordernd habe ich Drogen schon teilweise wahrgenommen und jetzt ist es auch noch viel stärker. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, zum Beispiel MDMA zu nehmen oder Koks oder so, da habe ich so richtig Abwehrgefühle, weil ich weiß, das ist so ein unnatürlicher, brachialer Änderung meines natürlichen Zustandes, dass ich das total, dass ich das eben überfordernd finden würde. Mit Alkohol, ja, ich meine, ich habe mich halt insofern überfordert, dass ich mich halt damit einfach, also kaputt gemacht habe letztendlich. Es ist ja auch sehr stark giftig einfach. Zum Beispiel Unterschied zu psychedelischen, halluzinogenen Drogen, die ja den Körper quasi überhaupt nicht irgendwie beeinflussen. Aber Alkohol macht dich ja, macht ja richtig doll Schmerzen. Also so ein Kater, das ist ja, das ist ja harter Shit. Ja, und da reden wir gar nicht darüber, über was das langfristig bedeutet, also Leberschäden und so weiter. Das ist genau wie ja in Berlin ja gerade so eine, so eine große Kokainphase ist, wo das ja wie so Koffeintabletten an allen möglichen Ecken auch einfach zur Leistungssteigerung eingesetzt wird. Das ist krass. Ja, wo du dir denkst, das macht halt nachhaltig das Gehirn kaputt. Ja, und das macht einen zum Arschloch, das muss man auch sagen. Das auch, ja. Also wenn man so Langzeitkokser trifft, die sind dann meistens sehr unangenehme Menschen. Ja, mein lieber Freund Serdar Somuncu hat mal zu mir gesagt, wenn er so Leute getroffen hat, die wirklich ausgiebig und langfristig gekokst haben oder nach wie vor koksten, dann sagt er, die haben was Teuflisches an sich. Das sind einfach Arschgeigen. Also ich habe so oft, auch in meiner Barzeit habe ich so Leute getroffen, die halt regelmäßig koksen, die es routinemäßig machen und du merkst einfach, die werden so kalt. So kalt und rücksichtslos irgendwie. Man kann das schon so richtig in der Atmosphäre flimmern sehen, um die rum. Das ist ganz irre, ja. Bevor wir ein bisschen nochmal auf deine Geschichte dazu kommen, wie ist das heute? Gehst du, also wenn du heute umgeben bist von Leuten, die Alkohol trinken, wie blickst du auf die? Also ich glaube nicht, dass dann bei dir da dieses Gefühl kommt, so ich würde jetzt auch gerne. Ich glaube, das hast du ja auch erzählt, darüber bist du weitestgehend weg. Ja. Aber wenn du dann so das beobachten kannst, also es ist ja spannend in einem Umfeld, in dem alle anderen sich berauschen, nüchtern zu bleiben, weil man dann die Leute dabei beobachten kann, wie sie immer tiefer da reingehen. Wie beobachtest du das? Ach, also mein Alltag ist tatsächlich mittlerweile weitgehend frei davon. Also die allermeisten Leute, die ich kenne, trinken gar nicht oder so geringe Mengen, dass ich das früher gar nicht ernst genommen hätte. Und wenn ich jetzt in irgendwelchen Settings bin, auf Partys oder in Bars oder so und die Leute trinken, dann sehe ich das eigentlich gar nicht mehr so richtig. Also ich bin dagegen schon ziemlich abgestumpft. Wo ich das Verhältnis, was wir gesamtgesellschaftlich mit dem Trinken haben, am bizarrsten finde, ist eigentlich, wenn ich interviewt werde oder wenn ich in irgendwelchen Talkshows sitze und dann diese Frage verhandelt wird, so wie viel, das ist ja das Gleiche wie bei der individuellen Verhandlung. Wenn du selber abhängig bist, dann fragst du dich, wie viel kann ich noch, bis es wirklich so schlimm ist, dass ich aufhören muss. Und das machen wir ja auch gesamtgesellschaftlich. Dann sitzen da halt irgendwie PolitikerInnen und MedizinerInnen und dann debattieren die irgendwie 45 Minuten darüber, wie viel können wir jetzt eigentlich gesamtgesellschaftlich trinken, bevor das zum Problem ist. Ist es vielleicht schon eins? Und wenn ja, wie integrieren wir das trotzdem irgendwie in unsere Gesellschaft, damit niemand anfängt zu weinen? Diese Debatte finde ich halt mittlerweile wirklich verrückt. Ja, es ist auch verlogen, weil die Frage beantwortet sich ja insofern selbst. Wir können hier oben in den Rewe gehen und können uns jetzt für nicht mal einen Euro Alkohol kaufen. Damit ist ja eigentlich das Thema schon gegessen. Ja, und auch dieser krasse Versuch, dieser fieberhafte Versuch, irgendwie was Gutes da drin, was Vertretbares da drin zu sehen, was man halt auch politisch schützen können oder müssen will, das finde ich halt verrückt. Weil das halt so, wenn man sich das mit irgendwelchen anderen Substanzen vorstellt, das mal auf Tabak überträgt zum Beispiel, wird das halt total insane. Also wenn du dich fragst, so ja, mit dem Tabak, okay, das ist ja irgendwie schon ein Kulturgut und so und wir müssen das und da hängen ja auch Jobs dran und bla bla bla. Und kann man das jetzt, sollte man das jetzt verbieten? Also ich meine, wir sind ja mit der Debatte mit Tabak, sind wir ja fertig so. Aber wenn man sich das mal so vorstellt, wir würden über Tabak genauso reden wie über Alkohol, dann denkt man sich schon so, hm, das ist eigentlich ein bisschen irre. Ja, und auch wenn du in andere Länder gehst, das kommt mir auch vor wie ein sehr deutsches Phänomen. Also geh nach Norwegen, wenn du da Alkohol kaufen willst, ist das erstens wahnsinnig teuer. Zweitens musst du dazu in den entsprechenden Supermärkten in eine extra Abteilung gehen. Also so als würde man so ein Porno-Heftchen kaufen wollen. Und das zeigt halt eben, dass das da viel mehr auch als das gehandelt wird, was es ist, nämlich eine Droge. Und wir sind ja, also ich habe hier einen Kaffee stehen, das ist so gesehen auch eine Droge. Aber besonders insane ist, was du da gesagt hast, ist mir auch aufgefallen, dass es um die Cannabis-Legalisierung ging. Markus Söder? I know. Ich gucke mir das schon gar nicht mehr an, wirklich. Das ist alles so verrückt. Das ist ganz schlimm. Markus Söder erzählt irgendwie, ja, da müssen wir aber auch Kokain und Crystal Mett, wie er sagte, legalisieren. Und steht dann mit so einem riesen Humpen Bier auf dem Oktoberfest und merkt das nicht. Ja. Oder vielleicht merkt das und das ist ihm egal. Ja, ich weiß nicht. Also ich denke mir immer so, die wissenschaftliche, also wissenschaftlich ist ja alles klar. Also wissenschaftlich brauchen wir eigentlich nicht noch mehr Informationen. Also dass diese Risikoeinschätzungen, beziehungsweise diese politischen Maßnahmen, dass die nicht auf wissenschaftlichen Fakten basieren, das ist völlig eindeutig so. Das basiert alles nur auf Gefühlen und auf Traditionen, so Geschichte. Also Cannabis kannst du nicht überdosieren im Sinne, es gibt keine letale Dosis. Du kannst daran nicht sterben. Und am Alkohol sterben die Leute, wie die fliegen. Das heißt, wenn das halt irgendwie wissenschaftlich fundiert sein müsste, dann müsste man halt entweder Alkohol verbieten oder alles legalisieren. Aber warum haben wir so eine Lust daran, uns da selbst zu belügen? Also klar, wir wollen uns irgendwie Ausreden suchen, warum wir sagen so, hey, Alkohol ist ja noch nicht zu viel, was wir hier machen, ist ja alles noch in einem guten Rahmen. Warum ausgerechnet bei Alkohol? Weil der Rausch, den Alkohol erzeugt, ja jetzt auch an vielen Stellen, so wenn du es jetzt vergleichst mit gewissen anderen Substanzen, also ich persönlich bin lieber high als betrunken zum Beispiel. Ja, das ist ja auch ein viel interessanterer Rausch. Ja. Also, aber warum kommt es, dass es ausgerechnet diese Substanz ist, die ja im Kern oft dazu führt, dass wir uns vergessen und uns nicht mehr spüren und gar nicht mal das Bewusstsein erweitert, sondern verengt, dass um die so gekämpft wird? Naja, also ich denke wirklich, wir sind mittlerweile in so einer lange, historisch gewachsenen, kollektiven psychischen Abhängigkeit von Alkohol. Also wir haben das in unser System integriert, wir brauchen das. Wenn wir jetzt alle kollektiv von heute auf morgen klar wären im Kopf und alles fühlen müssten, dann müssten wir halt viele Sachen ändern, weil halt viele Sachen dann so schmerzhaft und so untragbar wären, dass wir die halt mit klarem Kopf nicht mehr machen könnten. Du warst, um auf deine Geschichte zu kommen, hast du ja schon ein bisschen erzählt, praktisch in deiner Kindheit umgeben von Leuten, die getrunken haben. Würdest du sagen, das waren nicht nur Leute, die getrunken haben, sondern auch Trinker? Ja, klar. Also meine Oma war auf jeden Fall eine Trinkerin, die war sehr abhängig, sie hatte mit 40 eine Leberzirrhose schon und hat dann auch ihr ganzes Leben damit gestruggelt. Also die war dann zwischendurch auch mal ohne Alkohol für ein paar Jahre, also so sieben Jahre, sieben, acht Jahre, aber hat dann wieder angefangen und hat auch dann gleich am gleichen Punkt wieder angesetzt, wie zuvor, als sie aufgehört hatte. Und mein Vater, also letztendlich alle ihre Kinder, sie hat vier Kinder gehabt und die haben das alle geerbt. Du beschreibst das im Buch ganz, ganz schön, dass deine Oma ja so qua Generationen, die sie geboren ist, so eine Macherin war, so eine Durchzieherin und dass der Alkohol dann halt praktisch so wie so ein Benzin war, was das halt so ein bisschen durchgezogen hat und dann hat sie sich halt eben zusammengerissen, weil sie wusste, sie muss, sie muss jetzt halt funktionieren und sie kann nicht funktionieren, wenn sie jetzt weiter trinkt und hat dann wieder angefangen, als der jüngste Sohn ausgezogen ist, weil dann war praktisch die Arbeit erledigt. Das ist so faszinierend, weil das ja auch so eine gewisse Missachtung gegenüber sich selbst zeigt, oder? Naja, also es ist eine Coping-Strategie, wenn du halt Gefühle hast, Traumata, irgendwas in deiner Vergangenheit, was du eigentlich verarbeiten müsstest, aber wo dir die Werkzeuge fehlen, also das ist ja die ganze Generation gewesen, die Silent Generation nennt man die ja auch, die haben halt über das, was sie gesehen haben, was sie erlebt haben im Krieg, alle nicht geredet oder die allerwenigsten und die waren alle alleine damit. Die Therapie war ja damals auch so in den 50er, 60er bis in die 70er Jahre war das ja noch was, worüber man nicht geredet hat, was so Schwäche offenbart hat. Also die hatten ja quasi Traumata, mit denen sie hätten dealen müssen, wo ihnen aber niemand gezeigt oder gesagt hat, wie das gehen soll oder das in einem Safe Space hätten machen können und plus, sie hatten halt irgendwie super viel Arbeit. Sie mussten halt irgendwie für ihre Kinder da sein, die mussten irgendwie das Land wieder aufbauen und konnten sich halt nicht so einfach mal eine Auszeit nehmen, um sich um ihre mentale Gesundheit zu kümmern sozusagen. Und dann ist Alkohol natürlich Bombe. Also es ist halt ein super Gift, weil das, again, Betäubungsmittel ist. Und dadurch, dass sie keinen Umgang damit gefunden haben, haben sie es halt weitergegeben. Ja. Weil es dann eben eine Rolle gespielt hat im Alltag, weil es keinen Umgang damit gab. Ja. Und als du dann, du bist dann irgendwann nach Berlin gezogen mit deiner Mutter. Und einer Freundin deiner Mutter, ich glaube, die Ex-Frau deines Onkels gewesen. Genau. Und du beschreibst dann, wie du in Berlin ankommst und total begeistert bist von dem, was dich da umgibt. Ja. Diese Romantik des etwas Kaputten auch. Ja. Ja. Berlin war super aufregend für mich. Ich war elf und wir kamen vom Dorf und Berlin war, also ich habe sofort gemerkt, das ist ein krass aufregender Ort einfach. Hier geht alles, hier kriegt man alles, Abenteuer. Die Leute waren total wild, irgendwie so, ne, mit bunten Haaren und überall gab es so legale oder halblegale Clubs und Bars und Kinos so draußen im Park und so. Also, das Tacheles gab es damals noch, das ist ja auch ein total irrer Ort. Das war schon cool für mich als Kind und Teenager. Also, wie bist du da reingestellt? Weil du wirst ja nicht mit elf dann schon angefangen haben, da irgendwie hier und da mal einen zu picheln oder so. Nee, mit elf noch nicht. Nee, Alkohol hat mich tatsächlich auch gar nicht so doll interessiert. Also, als ich Teenager war, hat mich Gras und so psychoaktive Sachen viel mehr interessiert. Ich habe mit Trinken eigentlich, muss ich sagen, relativ spät angefangen. Also, erst so mit 19, 20 eigentlich habe ich damit angefangen. Weil das dir damals vorkam, als das im Vergleich zu den psychedelischen Sachen leichtere und dass es deshalb dann so eine Alltagstauglichkeit hatte? Es war Alltag, es war vor allem halt irgendwie mit Erwachsensein konnotiert, also mit den Erwachsenen, den Spießern, den Bürgerlichen. Also, das haben ja alle gemacht. Deswegen hatte ich, ich hatte ja Bock zu rebellieren und Rebellion ist ja mit Alkohol nicht so wirklich möglich, wenn alle Leute um einen rumtrinken. Deswegen fand ich halt diese psychoaktiven Sachen interessanter, weil das halt eher so subversiv war und irgendwie mit so Rebellentum in Zusammenhang zu bringen. Das war einfacher. Ich habe in dem Buch dann auch viel so rausgelesen, etwas, was ich von mir selber auch kenne, so ein gewisser jugendlicher, wie sage ich das jetzt, ohne dass es jetzt allzu blöd klingt, Hang zum Pathos. Oh ja. Was ich total gut nachvollziehen kann. Das sind aber alle Teenager. Ja. Also, das ist wirklich ein Teenager-Ding. Auch eben so, du schreibst dann darüber, dass du Him gehört hast zum Beispiel. Oh Gott, ja. Oh Gott, ja. Hast du auch? Him nicht, da war ich ein bisschen zu jung für damals. Ich muss aber sagen, als jetzt Wille Warlow neulich ein Solo-Album gemacht hat, dachte ich mir schon, geil. Wirklich? Den gibt es noch. Ja, den gibt es noch. Lass mich mal hören. Ja, aber das war bei mir auch so, dass ich auch in so, ich bin in so einen Gothic-Haushalt reingeboren worden. Oh, geil. Ja, meine Mutter war auch auf dem einzigen Deeper Schmaut-Konzert, was es jemals in der DDR gegeben hat zum Beispiel. Wow, okay, das bewundert sich. Und das war dann halt immer so mein Umfeld und es gab dann, bei mir waren das dann andere Künstler, der mittlerweile in Ungnade gefallene Marilyn Manson, die dann halt so viel. Den habe ich auch sehr geliebt. Ja, sehr, sehr doll. Ja, das hat viel auch so in meiner Teenager-Verrückung gesagt, da ist einer, der mich versteht und der auch unglücklich verliebt ist und alle Scheiße findet und irgendwie auch so eine gewisse Koketterie mit dem Tod betreibt und so weiter. Ja, voll. Und ich habe manchmal so das Gefühl, dass das sowas ist, was ich immer noch als Potenzial in mir habe. Ja, ja, ja. Und dann manchmal so, ich das Gefühl habe, so zum Beispiel, wenn ich dann auch in so einer Partysituation bin oder so, keine Ahnung, oder ich war auf einer Party und da habe ich dann getrunken und dann sitze ich zu Hause und höre irgendwie Mechanical Animals und bedauere mich selbst, dass das auch. Ich fühle mich gerade sehr gesehen. Ja, aber dass das auch sowas ist, wo ich so ein bisschen mich, obwohl dieses Alkoholtrinken mit Erwachsensein konnotiert ist, ich mich aber auch gleichzeitig dem verweigere. Dem, was, dem Alkoholtrinken oder dem Erwachsenwerden? Dem Erwachsenwerden, weil in genau den Situationen ich dieses, ja fast schon kindlich prätentiöse. Ja, die Erwachsenen, die sind halt, die sind halt schon gebrochen von dem System. Also die, 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 die verstehen das halt sozusagen nicht mehr. Die hat das, die hat das Leben, hat denen schon so viel angetan, dass sie das gar nicht mehr verstehen können, die Tragweite dieser Gefühle, die man als Teenager hat und so. Das ist ja so ein bisschen dieses Gefühl, was man hat. Das ist so dieses, die, also so habe ich das immer wahrgenommen. Ich sehe, wie die Welt wirklich ist und die Erwachsenen um einen rum, die verstehen das halt nicht mehr. Die sind halt schon zu abgestumpft dafür. Das hat mit Begeisterungsfähigkeit auch zu tun, ne? Ja, es ist halt auch so ein krasser Idealismus. Also Teenager sind ja die größten Idealisten, so. Es gibt ja niemanden, der so idealistisch ist wie ein 16-Jähriger. Und das, ja, naja. Ich habe auch das Gefühl, dass eben in diesem Ding, in dieser Abstumpfung eben inbegriffen ist, ne? Das habe ich zum Beispiel jetzt auch, als hier diese Diskussion über P. Diddy losging und so weiter, da hatte ich auch ganz oft das Gefühl so, die spüren sich nicht mehr und müssen deshalb die Dosis steigern. Die Dosis von was auch immer. Ja. Ja, ja. Und im Grunde genommen ist das ja genau so ein Suchtmechanismus. Ja, total. Also ich meine mit Alkohol, ne? Stichwort Betäubungsmittel. Wenn du halt irgendwelche unliebsamen Gefühle betäuben willst, du betäubst, du kannst das halt nicht partiell machen. Du musst halt immer alles wegmachen. So, du machst ja auch die Guten weg. Und man wird ja all around taub. Nicht nur in Bezug auf das Negative, sondern auch in Bezug auf das Positive. Du beschreibst in deinem Buch ja auch zum Beispiel die Zusammenhänge, die es gibt und die Vergleichbarkeiten von einer Sucht und auch einer toxischen Beziehung. Ja. Und ich habe generell das Gefühl, dass wir vielleicht jetzt gar nicht jetzt mal losgelöst von der Substanz, also jetzt losgelöst von Alkohol oder von anderen Dingen, dass wir über Sucht generell uns vielleicht zu wenig Gedanken machen und über diese Mechanismen. Ja. Meinst du, dass es da so diese generelle Anfälligkeit gibt? Weil viele Leute begeben sich ja in suchtähnliche Zustände, die brauchen irgendwie ihre ganz, ganz klaren Abläufe, von denen sie abhängig sind in der Weise. Oder sie sind in Beziehungen, die ihnen wehtun. Ich glaube, das ist ein menschlicher Grundzustand. Also es ist eine Grundproblematik einfach. Ich meine, mittlerweile, jetzt nach sieben Jahren nüchtern vom Alkohol, denke ich so, jeder hat irgendwas. Also jeder Mensch, den ich treffe, hat irgendein Issue am Laufen mit irgendwas oder irgendwem oder irgendeinem Prozess oder irgendeinem Verhalten. Und eine Beziehung mit einer Droge ist ja auch eine Beziehung. Und dass die Wirkweise von so Drogen oder die körperliche Abhängigkeit zum Beispiel, das ist eigentlich bei jeder Abhängigkeit das kleinste Problem. So, das größte Problem ist die Beziehung, die man dazu hat. Deswegen bin ich auch immer so ein bisschen, wenn Leute fragen, und das tun sie ja wirklich immer, wie viel hast du denn getrunken? Wie viel war es denn? So, dann denke ich mir so, das ist die falsche Frage. Es geht nicht darum, wie viel das war. Es geht darum, was für eine Beziehung ich dazu hatte. Das ist genau wie in einer toxischen Beziehung, geht es ja auch nicht darum, wie viel Zeit du mit dem verbracht hast. Also, ich musste da auch drüber nachdenken. Du hast ja auch erzählt, dass du mit dem Rauchen zum Beispiel auch aufgehört hast. Ich habe es immer mal wieder versucht, ja. Das ist gerade das Ding, beim Rauchen. Ich habe da tatsächlich auch so eine Phase gehabt, wo ich sehr, sehr lange nicht geraucht habe. Dann hat sich das wieder eingeschlichen auf einem Gothic-Festival, wie sich das gehört. Und da ist es ja auch so, das Hauptding, das körperliche Ding ist superschnell durch. Aber dieses Ritual, sich diese fünf Minuten zu nehmen, irgendwas im Mund zu haben und morgens die erste, wo das Nikotin noch ein bisschen mehr wirkt, das ist das, wovon man sich ganz, ganz schwer loslösen kann. Ja, deswegen ist es halt auch so ein bisschen perfide, dass wir, wir teilen ja, wir trennen ja immer so ein bisschen körperliche Abhängigkeit und psychische Abhängigkeit. Und wenn ich über Alkohol rede, dann ist auch ganz oft so, ja, warst du denn schon körperlich abhängig? Weil das ist das, was man dann ernst nimmt. Die körperliche Abhängigkeit. Also, wenn dir halt die Hände zittern zum Beispiel oder du ohne Alkohol nicht mehr irgendwie halt körperlich zurechtkommst. Aber das Psychische, das wird eigentlich immer so ein bisschen abgetan, als die so, ja, das ist halt so dieser Nebeneffekt, das Psychische. Dabei ist das eigentlich ja das Thema, so diese emotionale Verbundenheit damit. Ja, und auch diese Verknüpfung von gewissen Themen. Also gesellschaftliches Zusammenkommen, Alkohol. Gutes Essen, Alkohol. 7 Uhr, Alkohol, irgendeine Person, Alkohol, irgendein Event, Alkohol und irgendwann ist es halt alles. Irgendwann ist halt das ganze Leben davon durchdringend. War das auch eine Sorge, die du hast oder vielleicht sogar eine Erfahrung, die du zwischendurch gemacht hast, dass sich dann irgendwie das, was durch den Alkohol vorher eleviert wurde, dann ein bisschen flacher angefühlt hat, als du ihn weggelassen hast am Anfang? Ja, das ist generell die Angst gewesen, dass wenn ich aufhöre, also wenn ich komplett aufhöre und das war ja immer so ein bisschen die Angst so, dass ich irgendwann halt, wenn ich an diesen Tiefpunkt komme, dann heißt es halt, ich muss komplett aufhören, weil dann bin ich ja richtig Alkoholikerin und da muss man halt dann forever verzichten so und die Angst ist, dass danach das Leben quasi vorbei ist. Also dass, dass du halt nicht mehr normal leben kannst, dass du nichts mehr, dass du halt nicht mehr die gleichen Gefühlszustände erreichen kannst, dass du nicht mehr wirklich tiefe Gespräche führen kannst, dass du mit gewissen Leuten nichts mehr zu tun haben kannst. Dass du nicht mehr kreativ sein kannst, das ist ja auch bei künstlerisch arbeitenden Menschen ganz oft das Ding, dass sie halt glauben, dass nur im Rausch die Quelle für ihre Kreativität zu finden ist und so und das ist eine ganz weit verbreitete Angst, die aber eigentlich, glaube ich, hauptsächlich ein Symptom der Abhängigkeit ist. Ich finde das ganz interessant, dass immer dieses Kreativitätsding von vielen Leuten auch so hoch gehalten wird. Also ich von mir selber kenne halt eher, dass das dann so meine internen Korrekturmechanismen abschaltet und ich dann so denke, ist doch scheißegal, ob das jetzt irgendwie Sinn ergibt. Man kann das ja ins Reine schreiben, wenn man wieder beim Bewusstsein ist. Also das, was dabei rauskommt, ist ja meistens, es sei denn, du bist jetzt irgendwie, was weiß ich, Kurt Cobain oder so, ist ja meistens auch Blech. Ja, oder selbst wenn nicht, also so oder so, ich habe schon auch gute Sachen geschrieben in einem angetrunkenen Zustand, so ist es nicht, aber das, was du sagst, stimmt natürlich. Es verändert halt die Rahmenbedingungen, aber es verändert nicht, was da ist. Also wenn du keine Kunst in dir drin hast, dann kannst du die mit Alkohol auch nicht rausholen. Du kannst halt nur die Gates öffnen. Du kannst dich halt selber mutiger machen und eben diesen inneren Kritiker, wenn das dein Problem ist, den ausschalten und dann zugreifen. Aber du kannst nichts erschaffen, was nicht da wäre. Du hast auch gesagt, es gab dann diese Angst davor, dass dann gewisse Leute nicht mehr in deinem Leben wären. Wenn man aber ganz ehrlich zu sich selbst ist, geht es dann oft um Menschen, wo man im Nachhinein denkt, so vielleicht war dieser Verlust jetzt gar nicht so schlecht, oder? Ja, also ich bin da auch so, ich persönlich habe nicht viele Leute verloren, weil ich immer noch das Glück hatte, dass die meisten Leute in meinem Umfeld eigentlich keine, also die Beziehung zu denen hat nicht auf Alkohol basiert. So ein, zwei Leute sind mir weggebrochen, aber bei denen ist es tatsächlich so, wenn das, wenn es halt nur ums Trinken geht und wenn man nur zusammen ist, umzutrinken oder weil man gemeinsam trinken kann oder so, dann ist es im nicht allen Zustand natürlich uninteressant. Das merkt man dann auch ziemlich schnell und es tut dann auch nicht so weh, die zu verlieren. Wie hat sich dein Bezug zur Sexualität verändert? Ich bin sehr viel wählerischer geworden. Also ja, auch das, ich war halt, ich war so, ich war so ein Cool Girl, also ich hatte immer so einen auch oft vor mir hergetragenen, promiskuitiven Lifestyle, weil ich das irgendwie so als Teil meiner Brand verstanden habe und so viel Sex zu haben und so auf die Kacke zu hauen damit und mal wechselnde Typen und so, die auch zu konsumieren, das war schon irgendwie so ein bisschen Teil meiner Identitätsvorstellung und als ich dann nüchtern geworden bin, habe ich gemerkt so, mir muss jemand wirklich doll gefallen, damit ich das machen kann. Also im klaren Zustand eben, again, man fühlt alles, so man riecht alles, man sieht alles und das muss halt die richtige Person sein, du musst ein Weib haben und du kannst das nicht künstlich, du kannst es halt nicht betäuben, so, wenn du die ganze Zeit anwesend sein musst. Deswegen hat sich meine Promiskuität eigentlich erledigt dann, weil ich sehr viel wählerischer geworden bin, aber ich habe auch über die lange Zeit angefangen, mir ganz andere Leute auszusuchen einfach. Und vor allem, was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass es viel mehr zurückkehrt zu dem, was es ja im Idealfall ist, nämlich Genuss. Genau, ja, es ist Genuss und es ist auch, ja, Sex ist irgendwie so, es hat halt so was sehr Kindliches an sich in dem Sinne, dass man so schutzlos ist. Also dass so diese Nacktheit, diese Schutzlosigkeit ist ja die Basis letztendlich für eine Connection. Ja, die Intimität. Genau, Intimität. Und, und das, das eliminierst du natürlich mit Trinken komplett. Also wenn du betrunken Sex hast, das ist ja eigentlich Bullshit, wenn man drüber nachdenkt. Du kannst das eigentlich auch lassen, weil du hast ja diese, diese Verbindung gibt es ja dann irgendwie nicht. Du bist ja irgendwie woanders dann eigentlich oder in dir selbst eingeschlossen. Und ja, wenn das, wenn das weg, weg bleibt, dann kommt man in diesen Zustand zurück. Ja, es ist tatsächlich, war sehr doll für mich, so wie so eine Teenager-Erfahrung. Das kann ich auch ein bisschen nachvollziehen. Das war jetzt bei mir nicht so mit Trinken verknüpft. Aber ich habe auch irgendwann so gemerkt, dass diese Promiskuität immer irgendwie auch ein Element hatte von, da macht mich irgendwas nicht satt. Und was mir dann oft gefehlt hat, ich muss ganz kurz, ich vibriere hier die ganze Zeit. Ich mache das mal ganz kurz aus hier. Was mir halt aufgefallen ist, das, was mir gefehlt hat, war nicht irgendwie das Meer an physischen Zusammenkünften, die man hatte, sondern die emotionale Intensität. Und das ist gerade in einigen Teilen der, von gewissen Szenen so, dass das da sehr, dass man da füreinander wie so eine Austauschbarkeit hat. Also du hast das Konsumieren genannt, das fand ich ein super Wort. Man benutzt sich eigentlich gegenseitig irgendwie. In einem Einverständnis, aber man benutzt sich halt. Man benutzt den anderen als Körper, um einen eigenen Hunger in dem Moment zu stillen. Und wenn man davon mal abrückt und sich so denkt, so ja okay, gut, so rein körperlich ist das zwar jetzt ganz angenehm, aber auch vielleicht gar nicht so unbedingt interessant. Und das Hauptding findet eigentlich zwischen den Personen statt. Dann holt das sofort dieses Ding zurück, wo eine Verletzlichkeit auch schön ist. Total, ja. Also es ist super schön, aber es ist natürlich auch sauber ängstigend. Ja. Deswegen machen das halt so viele Leute mit dem Trinken, ja. Also es gibt ja, also wenn ich einmal anfange in der frischen Nüchternheit, als ich Dates hatte, habe ich erst mal aufgefallen, wie viele Leute halt bei Dates, bei ersten Dates vor allem eben einfach trinken. Weil eben diese potenzielle Intimität oder wirklich gesehen zu werden von einer anderen Person, let alone irgendwie die in seinen Körper reinzulassen oder auf seinen Körper oder in seinen Mund oder so, ist halt sauber ängstigend. Ja, ich hatte da neulich erst eine Erfahrung, wo ich auch ein erstes Date hatte und die Person dann halt einfach auch zu viel getrunken hat. Ja. Und dass dann irgendwann, ich muss jetzt irgendwie verwalten, dass diese Person gut nach Hause kommt. Ja. Und wo ich halt auch sofort gemerkt habe, da gibt es irgendwie eine Angst davor, vielleicht auch das Bedürfnis, was man hat, die Lust, die man hat, zu artikulieren, ohne halt sich da einen Mut anzutrinken. Also wo das so eine Zweckmäßigkeit bekommt und das ja praktisch das Gegenteil ist von Genuss. Stimmt. Ja. Es gibt auch diesen Spruch, Abhängigkeit ist die Unfähigkeit zu genießen. Ja. Und ich frage mich dann manchmal, wenn ich auch so auf meine eigene Alkoholgeschichte schaue, ist es jetzt nicht so, dass ich gar nicht trinke, aber immer wenn ich da so drauf schaue, dann frage ich mich manchmal so, hat das überhaupt, wenn ich das tue, was mit Genuss zu tun, weil man kann ja jetzt auch sagen so, das ist ja irgendwie, das ist ja irgendwie auch bitter, das ist ja jetzt nicht so, dass man sich so denkt, oh lecker, so oft macht man das ja, weil man so denkt, das gehört irgendwie dazu oder das hat jetzt was Schickes, wenn ich hier in einem guten Restaurant sitze, dann trinke ich einen guten Rotwein zu meinem guten Gericht und dann frage ich mich manchmal, ist das Genuss, schmeckt es mir wirklich oder habe ich mir das auch nur erzählt, dass mir das schmeckt? Ja, also ich meine, wenn jetzt einem kleinen Kind Wein oder Bier gibst, dann findet das Kind das in der Regel eklig. Also man muss das schon lernen, das genießen zu können. Allerdings glaube ich auch, dass wenn man jetzt zu diesen Leuten gehört, die das moderat trinken können, also halt selten mal zum Essen, dass dieser Rausch, dieses Angeschickert sein, das ist durchaus, also hätte ich nicht, wäre ich dazu in der Lage gewesen, das irgendwie alle paar Monate mal zum Essen so einen kleinen Alkohol raus zu haben, dann hätte ich auch nicht aufgehört, weil das ist ja dann tatsächlich irgendwie gut, aber meistens bleibt es ja nicht dabei. Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Am 18.10. bringen Sardas Sumonju und ich unseren Podcast Boy Group zurück. Live auf der Bühne in den Wühlmäusen in Berlin. Zwischen Deep und Dirty Talk, Politik und Polemik, Gesellschaft und Gossip nehmen wir das Publikum mit auf ein paar Vorstritt durch das Weltgeschehen. Boy Group. Make Podcast Sexy Again. Live in den Wühlmäusen am 18. Oktober 2024. Infos und Tickets findet ihr in den Shownotes. Du bist so ein bisschen auch in der Kunstszene unterwegs, teilweise auch du schreibst für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften. Das ist ja auch ein Umfeld, in dem das immer vorhanden ist und wo man auch diesen Bon-Vivant-Lifestyle ein bisschen pflegt. Wie war da die Reaktion, die du mitbekommen hast? Ich habe das zum Beispiel mal gemacht mit einem guten Freund, dass wir eine Wette abgeschlossen haben, dass wir ein ganzes halbes Jahr lang keinen einzigen Tropfen Alkohol getrunken haben. Das war in der Abiturphase, wo es also jedes Wochenende hatte irgendjemand Sturm frei und dann ritten wir da alle ein und hauten uns die Nächte um die Ohren. Und ich fand das dann interessant zu beobachten, wie die Leute darauf reagiert haben. Also die waren teilweise auch so ein bisschen, also fast so angefasst manchmal so. Warum trinkst denn du jetzt nichts? Was soll das denn? Also als wäre das so ein Affront. Das ist ja auch. Und dann halt eben diese Geschichte von, ach komm, den einen kannst du jetzt mal. Also diesen Versuch, dich zu animieren dazu, das zu tun. Wie ist dein Umfeld gerade in diesen Szenen, wo das so gang und gäbe ist, damit umgegangen? Hast du diese Erfahrung auch gemacht, dass Leute da gesagt haben, ach ja komm, die hat jetzt aufgehört, ach Quatsch, hier komm, das eine Gläschen Sekt? Ich habe das sehr selten erlebt tatsächlich. Also ich meine, manchmal erlebe ich das natürlich, wenn ich jetzt irgendwie auf einer Dinnerparty bin, wo mich niemand kennt und keiner weiß, dass ich nicht trinke oder so, dann kommt das schon mal vor, dass jemand sagt, ach komm und so. Aber ich bin da eigentlich von Anfang an sehr proaktiv gewesen, in dem Sinne, dass ich allen Leuten immer sofort erzählt habe, dass ich abhängig war und ich bin Alkoholikerin. Und wenn du das böse Wort, ne, Alkoholikerin, wenn du das sagst, dann machen die Leute das nicht, dann lassen die sich in der Regel in Ruhe. Ist auch krass, dass man dann immer in so eine Rechtfertigungsposition kommt, oder? Ja, also es gelten sehr wenige Gründe ausreichend, um nicht zu trinken. Schwanger sein, fahren müssen, Alkoholikerin sein, weil dann hat man sich das ja selber verkackt, dann darf man ja nicht so. Und ich würde sagen, eingeschränkt noch Antibiotika nehmen oder irgendwelche Meds. Aber selbst das ist ja ganz oft kein gut genuger Grund. Ja, da ist es dann, ach ein bisschen geht doch. Oder auch, ich muss morgen arbeiten. Ja komm, das eine. Ja, ja, genau. Das ist total interessant. Hast du dich dann auch teilweise, also hattest du Zeitpunkte, vielleicht zu Beginn deiner Nüchternheit, wo du auch gehadert hast, damit das so offen raus zu sagen, so ey, ich hatte ein Abhängigkeitsproblem und hast dich dann teilweise auf diese gültigen Ausreden zurückgezogen oder warst du da immer straight und hast gesagt, nee, ich hatte da ein Problem? Zu dem Zeitpunkt, als ich aufgehört habe, war ich wirklich, ich war sehr schnell sehr doll auf der anderen Seite. In dem Sinne, dass ich gedacht habe, so fuck, was machen wir hier eigentlich? So, das ist total krank, unser ganzer Umgang damit. Ich war sau froh, nüchtern zu sein. Also sehr schnell. Ich habe nicht wirklich gekämpft. Also als ich diesen Switch gemacht hatte, auf diese andere Seite übergewechselt war, war ich sehr schnell sehr überzeugt davon, dass ich auch für immer nüchtern sein will und so. Und deswegen habe ich das auch immer sofort allen Leuten unter die Nase gerieben. Also ich wollte auch provozieren. Ich wollte die Leute auch ein bisschen ärgern damit. Das ist interessant. Du hast ja vorhin über Rebellion gesprochen. Jetzt ist ja praktisch Nüchternheit fast auch eine Form von Rebellion in einigen Teilen. Es ist aber auch interessant, dass das nur bei Alkohol so ist. Also wenn du irgendwie bei einer Party bist mit vielen Rauchern und du rauchst nicht, fragt dich keiner jetzt, warum rauchst du nicht? Rauch doch eine. Ja, ja, das war ja das, was ich vorhin meinte. Die Debatte haben wir halt, wir haben sie auch genauso geführt mit Tabak tatsächlich. In den 50ern war das gleiche Narrativ, was wir heute über Alkohol fahren. Kennst du diese alten Fernsehinterviews, wo Leute unfassbar düpiert sind, weil das Rauchen in öffentlichen Verkehrsmitteln verboten werden sollte, die das gar nicht fassen konnten? Na klar, natürlich. Also du konntest ja früher im fucking Flugzeug rauchen. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann gab es natürlich auch so Raucherabteile, wo dann so ein Vorhang davor war. Irgendwie so, ja toll. Du hast teilweise in Berlin immer noch so diese älteren Eiskafés, wo es hinten diesen Glaskäfig gibt, in den du dich dann reinsetzt. Und du kommst da rein, du fühlst dich wie im Inneren einer Nebelmaschine. Ich habe das aber auch so, ich kann auch nicht mehr in Raucherbars gehen. Ja. Ich finde das ganz schön. Früher fand ich das toll, da habe ich die ganze Zeit in der einen Hand das Bier, in der anderen die Zigarette. Und mittlerweile so, wenn ich da irgendwie, wenn wir mit Freunden da hin sind, sage ich immer so, nee, nee, ich kriege hier keine Lohn. Ja, das ist irgendwie over, da macht sich keiner mehr Gedanken drüber. Es ist zwar nicht verschwunden, das Rauchen, es rauchen immer noch viele Leute, aber wir haben halt da überhaupt keine emotionale Debatte mehr am Start. Wir sind da irgendwie fertig mit. Also du weißt halt irgendwie, Rauchen ist halt scheiße. Wer aufhört, hat was Gutes geschafft. Da sagt man herzlichen Glückwunsch. Und da hat man dann auch nicht mehr das Bedürfnis, irgendwie da zu verhandeln oder das zu relativieren oder die Person wieder mit reinzuziehen. oder zu sagen so, ja, aber fünf Zigaretten sind ja okay und erst ab sechs wird es irgendwie ein Problem, bla, bla, bla. Und das alles, was wir mit Alkohol machen, haben wir mit Rauchen ja irgendwann auch mal gemacht und dann aber abgeschlossen damit. Ich muss gerade daran denken, wo wir jetzt das Rauchen auch noch mit reingebracht haben. Ich habe relativ früh in meinem Umfeld, da war ich glaube ich in der siebten, achten Klasse, da habe ich schon Mitschüler von mir auf dem Schulhof rauchen gesehen. Was halt früh ist, so ein 14, 13, 14 Jahre alt. So im Nachhinein denke ich mir so, so meine Güte, das war aber schon, das ging aber auch echt früh los da. Ich habe selber angefangen mit 16 Mentholzigaretten zu rauchen. Ich habe auch mit 16 angefangen. Davidoff, diese weißen, weil die halt gut zu meinen Gruftieroutfits gepasst haben. Ja, das kenne ich auch. Bei mir war, es gab, Mentholzigaretten gibt es ja mittlerweile gar nicht und es gab, die hatten auch so einen weißen Filter, Lucky Strike Ice Black hießen die. In der Schweiz gibt es die noch. Lassen wir die manchmal mitbringen, tatsächlich. Ja, weil sich das auch nicht so wie Rauchen anfühlt. Ja, es fühlt sich irgendwie was Gesunderes, wie ein Mentholbonbon-Lutschen. Man fühlt sich erfrischt danach. Das ist ja eben nochmal die schönere Folklore. Und es ist auch auf Partys immer gut gewesen, weil ja dem Menthol gerne nachgesagt wird, dass es sowas auch Feminines hat. Stimmt. Und wenn ich dann auf der Party, der mit den Mentholzigaretten war, habe ich natürlich... Wie Bitches, wie die Fliegen und kreisen sie dich. Ja, ja. I wish. Nein, 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 nein. Kleiner Scherz. Nee, aber auch da ist es ja so, du hast es sehr richtig gesagt, wir wissen, was das in der Konsequenz bedeuten kann. Mein Vater ist zum Beispiel auch durch Krebs gestorben, der höchstwahrscheinlich oder zu 100 Prozent mit dem Rauchen zusammenhängt. Also das bedeutet, der ist auch gestorben, bevor ich angefangen habe. Das bedeutet, ich wusste, worauf ich mich... Nee, egal. Ich habe auf jeden Fall weitergebracht, nachdem er gestorben ist. Ich wusste, was das in der Konsequenz bedeuten kann. Und irgendwie war es mir aber trotzdem egal. Und das scheint ja so ein Ding zu sein, dass das bei vielen Leuten ja auch eben im jungen Alter anfängt, also so, sagen wir mal, unter 25, dass es da so ein gewisses Gefühl gibt von, ich bin eh unbesiegbar. Oder die Zukunft ist mir im Zweifel auch egal. Was ja früher so ein bisschen anders war. Da hatten die Leute mit 25 zwei Kinder und einen Job, den sie den Rest ihres Lebens machen würden. Die Frage, die ich mir stelle, ist dieses Denken, diese Sorglosigkeit, das ist ja in gewissen Punkten auch gut und wichtig. Aber auf der anderen Seite, brauchen wir nicht vielleicht viel früher ein Bewusstsein auch für die eigene Sterblichkeit? Boah. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob das gut ist, wenn ein Teenager sich sehr bewusst ist über die eigene Sterblichkeit. Gut, das sagen zwei Leute, die Gothic in ihrer Jugend zelebriert haben. Ja, aber das war ja eine Show. Das ist ja so eine Show. Ich glaube, ich habe ehrlich gesagt, ich persönlich habe sehr spät ein Bewusstsein für meine eigene Sterblichkeit gehabt. Also ich würde sagen, irgendwann vielleicht in meinen 30ern mal hat es so angefangen. Und selbst jetzt denke ich mir so, ich kann das eigentlich ganz gut verdrängen, dass meine Zeit limitiert ist. Ich weiß nicht. Also ich glaube, das ist ja schon irgendwie auch, ein bisschen die Essenz der Jugend, dass man sich unsterblich fühlt. Das ist ja auch die Schönheit der Jugend irgendwie. Und das, ja, das sollte sich auch nicht ändern. Teenager sollen ruhig, idealistisch und unsterblich sich fühlen, was sie halt brauchen, sind einfach gesunde Coping-Mechanismen. Ja, wahrscheinlich läuft es darauf hinaus. Ich habe mich das manchmal gefragt, da haben wir auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, und nur diese intensive Wahrnehmung von allen, dieses Erkunden, diese Neugier auf die Welt, die ja dann irgendwann abhanden kommt, die muss man sich ja irgendwie erhalten. Gelingt dir das, auch neugierig zu bleiben? Ich habe nicht das Gefühl, dass ich wichtige Sachen verloren hätte. Also ich habe dieses, also ich meine, ich habe mir 32 aufgehört zu trinken. Da war ich schon ziemlich fertig, aber es hätte auch noch schlimmer werden können. Und ich habe eine ganze Weile gebraucht, um so einen Normalzustand wiederzuerlangen, irgendwie auch so emotional, nachdem ich aufgehört hatte. Aber am Ende, jetzt kann ich sagen, ich habe eigentlich alles erhalten. Also meine Kindlichkeit, so diese Experimentierfreude oder auch, weiß nicht, diese Anxiety mit anderen Menschen, Schüchternheit, all diese Sachen, das ist eigentlich intakt geblieben. Ich habe davon nichts kaputt gemacht. Das ist alles noch da gewesen am Ende. Ich habe aber, also ich merke das so teilweise so in meinem Umfeld, dass ich dann, dass mich das auch irgendwie immer noch auf so eine Weise nicht abstößt, aber irritiert, wenn ich dann so merke, so oh Gott, die Leute werden sesshaft. Die haben jetzt eigene Wohnungen und Haustiere und Pläne, wer wann putzt und arbeiten nine to five. Ja, ja, wie alt bist du? 23. Oh Gott, mit 23 hat dein Umfeld schon gemeinsame Haustiere und Putzpläne? Ich kenne Leute, die sogar schon Kinder haben in meinem Alter. Boah, das ist, ja, das ist krass. Ich meine gut, klar, früher war das normal. Ich hatte in meiner, als ich 23 war, eine Freundin von mir hat tatsächlich auch ein Kind bekommen damals. Also ich weiß, das war ein Unfall, das war nicht geplant. Das hatte nichts mit einem Putzplan zu tun. Ich hatte mir gestern meine Mutter erzählt, dass meine beste Freundin aus dem Kindergarten jetzt nächstes Jahr heiratet. Und ich habe fünf Minuten lang keinen klaren Gedanken fassen können. Ja, aber ich meine das, klar, aber das relativiert sich halt so. Ich bin jetzt 39 und in meinem Umfeld laufen halt jetzt die ersten Scheidungen. Also manche Leute, die Spätkinder bekommen haben, haben jetzt kleine Kinder so. Und aber bei vielen ist es auch schon die zweite Runde. Und dann wird einem ja auch klar, okay, es ist nicht für, also die wenigsten Sachen sind für immer. Selbst wenn die Leute mit 23 heiraten, kann man davon ausgehen, dass es wahrscheinlich nicht so bleibt forever. Und dass immer wieder auch neue Phasen anfangen. Ich muss gerade auch daran denken, dass ja man in letzter Zeit immer wieder liest, so ja mein Gott, die Scheidungsraten sind so hoch. Und das ist ja alles ganz schlimm. Aber das hängt ja auch teilweise damit zusammen, dass man früher halt eben aus pragmatischen Gründen in gewissen Konstellationen verharren musste, auch wenn sie einem alles andere als gefallen haben. Ja, das basierte alles letztendlich auf finanzieller Abhängigkeit von Frauen. Also Frauen konnten halt nicht gehen. Und Scheidung war ja auch gesellschaftlich, also wurde halt sanktioniert, wurde bestraft, sozial. Deswegen gab es da halt so einen Zwang zusammenzubleiben. Und heutzutage, die Scheidungsraten stagnieren tatsächlich, glaube ich, sogar, weil die Leute halt immer weniger heiraten. Und auch immer später heiraten. Und sich dann auch immer sicherer sind, wen sie da heiraten, logischerweise. Und was ich auch eine spannende Statistik fand, die ich noch nicht gesehen habe, besonders gering sind zum Beispiel auch die Scheidungsraten bei gleichgeschlechtlichen Paaren. Weil die wahrscheinlich eher ein Fundament der Freundschaft haben. Das ist ja in der queeren Community eher Kultur, dass man befreundet ist und on top sozusagen noch Lover. Das ist ja bei heterosexuellen Beziehungen leider nicht so wichtig. Es geht ja auch viel praktisch um das Verhältnis von Männern und Frauen in deinem Buch an vielen Stellen. Also du beschreibst ja, dass du dir dann teilweise Leute, die dich irgendwie an deinen Vater erinnert haben, auch spezifisch rausgesucht hast. Also es gibt so ein Unterkapitel, das heißt Daddy Issues. Was ja so ein bisschen insofern bescheuert ist, als dass man dann ja die Schuld für etwas, was man sich nicht ausgesucht hat, auf sich selbst überträgt. Hattest du diesen Gedanken, wenn du gesagt hast, du hast ja auch eine gewisse Selbstinszenierung betrieben, die dir ja auch Freude gemacht hat. Wenn du da jetzt drauf zurückschaust, hattest du dann das Gefühl, du hast diese Inszenierung auch betrieben, um anderen, spezifisch Männern, zu gefallen? Ja, also wenn man, ich sag mal so, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber wenn man in meiner Generation eine junge, ganz junge Frau war, dann hat man sehr, sehr viele Sachen gemacht, um Männern zu gefallen. Also mit der Kleiderwahl fing das an, mit dem Habitus ging das weiter. Ich meine, das Trinken von starken alkoholischen Getränken wurde ja auch von Männern irgendwie gefeiert und deswegen hat man das gemacht, auch dieses ganze promiskutive Verhalten und die Bitschigkeit und all diese Sachen hat man ja quasi gemacht, um Männern zu gefallen, um deren Approval zu bekommen. Was diese eine Passage, die ich ganz spannend fand, geschrieben, wo du halt auch so sagst, so, ja, ich will jetzt nicht von meinen, also so, ich will nicht die Frau sein, die meinen Partner überfordert, indem ich irgendwie emotionale Verbindungen von ihm fordere, sondern ich bin halt da, wenn er mich möchte. Ja, ja, also man muss halt unkompliziert sein. Das war damals sehr wichtig, unkompliziert zu sein, cool zu sein, nicht so zu sein wie die anderen Mädchen, die halt immer irgendwelche unrealistischen Forderungen stellen und immer irgendwie reden müssen und so. Das war ja alles irgendwie bäh, weil das halt so feminin konnotiert ist und feminin konnotiert ist, ist halt in unserer Welt leider immer noch eher minderwertig im Vergleich zu den maskulin konnotierten Eigenschaften und Verhaltensweisen. Wenn du jetzt darauf zurückblickst, ist das so ein Gefühl von, das war tatsächlich auch so in diesem Zeitpunkt meine Gefühlslage, also für mich war das auch okay so zu sein oder fühlst du dich da irgendwie im Nachhinein auch vielleicht zu was geknetet, was du gar nicht sein wolltest? Naja, ich meine, wir sind alle geknetet, bis wir anfangen, selbst zu reflektieren. Und wenn man nicht selbst sein Verhalten irgendwie hinterfragt, sich fragt, wo das herkommt, warum man das macht, was man damit vielleicht irgendwie unterbewusst im Sinn hat, ist man ja irgendwie ein Produkt seiner eigenen Zeit, seiner Kultur. Und dass dieses Verhalten an ganz vielen Stellen total verletzend für mich war und schmerzhaft und nicht gesund, das sehe ich auf jeden Fall so. Also das hätte ich dem jüngeren Ich sozusagen aus heutiger Perspektive gerne ein bisschen erspart. Würdest du auch sagen, dass das eine Form von, vielleicht nicht Missbrauch, aber Ausnutzung war? Oder hast du das halt dargestellt und die Leute haben das entgegengenommen? Klar ist das eine Benutzung. Also die älteren Männer damals, die davon profitiert haben, von so jungen Frauen ohne Grenzen, die hatten natürlich keinen Grund daran, irgendwas zu ändern. Aber ich glaube auch, die reflektieren das ja selber nicht. Die haben das ja selber nicht reflektiert. Also ich glaube nicht, dass es irgendwie so, dass Heiner zum Beispiel, mit dem ich diese toxische Beziehung hatte, das war ja kein Teufel, der irgendwie morgens aufgewacht ist und sich gedacht hat, ah geil, knechte ich mal eine junge Frau. So war das ja nicht. Der war ja genauso irgendwie geprägt von dieser patriarchalen Struktur, wie wir alle. Ich fand das auch sehr spannend, wie du auch da eben sagst, dieses Alkoholtrinken, das ist auch was, was Frauen irgendwann von Männern übernommen haben praktisch. Also du hast das ja über deine Großmutter, glaube ich, geschrieben. Sie hat gearbeitet wie ein Mann, also hat sie auch getrunken wie ein Mann. Ja, ganz früher war ja Alkohol tatsächlich Männersache. Also Frauen durften ja teilweise auch gar nicht in Kneipen gehen und so. Und die Emanzipationsgeschichte ist letztendlich ja eine Angleichungsgeschichte. Also es geht ja immer darum, wir haben Normen, die definiert werden von Männern, für Männer eigentlich. Und Emanzipation bedeutet ja überall in der westlichen Welt, dass die Normen von den Frauen übernommen werden. Also Frauen werden männlicher in dem Sinne. Und das Trinken gehört dazu. Wie ist dein Blick auf Weiblichkeit in diesem Kontext, wenn Emanzipation eher das Übernehmen von Männlichkeit ist? Ist das praktisch das Anstrengungswerte oder geht es darum, was Eigenes Weibliches zu definieren? Ach, eigentlich denke ich mittlerweile, wir sollten diese, das sind ja künstliche Binaritäten. Es gibt ja keine weiblichen oder männlichen Gefühle. Es gibt keine weiblichen oder männlichen Charaktereigenschaften. Das gibt es ja nicht. Das ist ja eine Konstruktion. Das ist ja nur ein Modell sozusagen. Und eigentlich sollte das Ziel sein von uns allen, dass wir das alles abschaffen. Dass wir sagen, so Stärke, weiß ich nicht, Zärtlichkeit. Zärtlichkeit, das sind ja zwei Sachen, wo man klar sagen kann, so Stärke ist männlich konnotiert, Zärtlichkeit ist weiblich konnotiert. Aber natürlich müssen wir darauf alle Zugriff haben, auf diese beiden Sachen. Und das ist ja keine exklusive, da gibt es ja keine, also, ist ja Bullshit. Ich finde das so interessant, es gibt so Männercoaches, das wirst du auch kennen, die ich dann irgendwie so auf TikTok oder so sehe, so ganz verstrahlte Gesellen wie Andrew Tate, wo du echt so das Gefühl hast, da gibt es so eine ganz, ganz große Angst, dass einem da was weggenommen wird. Und du sagst so, nee, du darfst doch deine Stärke behalten, aber sie gehört nicht nur dir. Eine Sache, die ich mich auch gefragt habe, als ich das irgendwie verfolgt habe, du beschreibst auch, dass du dann bei Meetings warst von den anonymen Alkoholikern. Und mein Bild von den anonymen Alkoholikern ist geprägt durch das, was ich so in amerikanischen Medien mitbekomme. Und da hat das ja viel zu tun mit, wir treiben uns diesen Teufel des Alkohols aus und bekennen uns zu Jesus Christus. Oh Gott, ja echt? Hast du so ein Bild? Also, wenn du auch auf so Webseiten gehst, ganz viele von diesen Selbsthilfegruppen werden ja zum Beispiel auch kirchlich mindestens unterstützt, wenn nicht gar betrieben. Und das ist dann sowas, was in mir so direkt so einen Fluchtreflex auslöst. Ich hatte das gar nicht. Also, bevor ich aufgehört habe, ich hatte auch meine amerikanischen Serien und Filme und so, aber da hatte ich eigentlich gar nicht das Gefühl, dass es so stark religiös ist. Also, ich wusste, es ist irgendwie ein Programm, was irgendwie mehr oder weniger seine Wurzel in so einer religiösen, christlichen Tradition hat so. Aber ich habe eigentlich nie so richtig gedacht, dass die Leute da so Jesusfreaks wären. Und die AA, muss man sagen, sind ja auch nicht, also das ist kein religiöses Programm, die sind nicht kirchlich finanziert, die finanzieren sich einzig und allein über interne Spenden. Also, die finanzieren sich nur selbst, die sind komplett unabhängig von jeder Kirche oder politischen Organisation oder whatever. Ich hatte halt immer das Gefühl, wenn ich das so beobachtet habe und ich habe das halt wirklich hier und da mal so gelesen, ich habe so ein bisschen darüber auch recherchiert und da hatte ich immer so das Gefühl, okay, krass, da ist irgendwie so dieses Ding so, da wird die Hinwendung zur Substanz kompensiert mit einer Hinwendung zu einer übergeordneten Idee. Also, die Struktur, die dir verschüttet geht, wenn du dich vom Alkohol entfernst, wird dann ersetzt durch eine Struktur, die dir die Religion gibt zum Beispiel. Also, dass du dann für ein höheres Gut das praktisch aufgibst. Ja, ach, weiß nicht. Also, ich habe das nie so wahrgenommen, dass, was du sagst, es wird eine neue Struktur angeboten, das ist auf jeden Fall so. Also, Leuten, die sehr doll in ihrer Abhängigkeit waren und wirklich keine Struktur mehr haben, weil alles weg ist, weil halt Familie weg ist, Job weg ist, teilweise die Wohnung weg ist, diesen Leuten wird halt geraten, gehe ich jeden Tag in ein Meeting oder am besten in mehrere. Das geht ja in großen Städten geht das ja, da kannst du einfach quasi nonstop in Meetings gehen und da findest du dann tatsächlich eine Struktur, die dir hilft, irgendwie wieder klarzukommen. So, aber diese Struktur ist eigentlich weniger spirituell, würde ich sagen, als eher wirklich einfach die Leute. Da ist halt Leute, die dir helfen, die rund um die Uhr erreichbar sind, die geben dir ihre Nummer, die sind halt wie Freunde, wie Familie dann relativ schnell und das ist durchaus eine neue Struktur, ja. Und ich glaube, es ist auch beruhigend, was du ja auch in deinem Buch geschildert hast, so dann zu merken, so die eigene Geschichte ist gar nicht so individuell. Also es gibt viele Leute, die genau das gleiche erlebt haben und du sagst das so ein bisschen so, ja, wir denken, wir leben ja alle irgendwie in einem ganz besonderen Lifestyle und so und im Endeffekt ist das alles nichts, aber es ist ja auch irgendwie in so einer Situation dann schön zu wissen, so es gibt Leute, die haben das durchgemacht und können, also wissen, wie das jetzt weitergeht. Ja, genau. Und auch sehr unterschiedliche Leute, ne. Also du denkst ja immer, wenn du an AA denkst, denkst du, das sind alte Männer so, 60 plus, die da irgendwie in Lederjacken sitzen und rauchen und Kaffee trinken und so und dir irgendwas erzählen, womit du das anfangen kannst. Aber es ist tatsächlich so, dass die Alkoholabhängigkeit ja wirklich klassenübergreifend, Altersgruppenübergreifend, geschlechtsübergreifend ist. Es gibt da wirklich einfach niemanden, der verschont ist. Deswegen findet man bei AA eine sehr diverse Gruppe von Menschen. Und auch da, Entschuldigung, auch da interessant, was du auch, ja, worüber wir vorhin auch so ein bisschen gesprochen haben, dass einige Leute dann da auch auftauchen, denen erst aufgefallen ist, als sie zum Beispiel, die auch mit anderen Drogen zu tun hatten und denen dann, als sie aufgehört haben, diese Drogen zu nehmen, aufgefallen ist, oh Moment, während das alles lief, habe ich zwischendurch noch ein Alkoholproblem entwickelt. Was ja gerade so, ne, sind wir wieder bei Kokain, also es gibt ja auch viele Leute, die zum Beispiel deshalb koksen, um mehr trinken zu können. Oh Gott, ja. Und dann entstehen halt eben, ohne dass man das merkt, gleich zwei Probleme auf einmal. Spiritualität spielt aber, glaube ich, trotzdem, das habe ich so ein bisschen rausgehört, so auch eine Rolle bei dir, ne? Weiß nicht, also ob das jetzt, ob das jetzt eine große Rolle spielt. Das muss man ja nicht ausleben, indem man irgendwie meditiert oder so, sondern es geht ja auch einfach um eine Art und Weise, wie man auf die Welt blickt. Und dein Buch beginnt ja eigentlich mit einer Passage, die, wie ich finde, wahnsinnig spirituell ist, wo du dieses ganze Leben so einatmest und beschreibst, wie du das tust. Das ist ja was sehr Spirituelles. Das war tatsächlich eine Rauscherfahrung. Also diese erste Nüchternheitserfahrung, die ich gemacht habe, das war rauschhaft. Und da kann man jetzt natürlich endlos drüber reden, inwieweit Rausch spirituell ist oder ob sich das gegenseitig ausschließt oder ob es irgendwie das Gleiche ist wie eine spirituelle Erfahrung. Das ist halt ein super interessantes Thema. Ich glaube, wir sind alle irgendwie spirituelle Wesen. Also wir haben alle das Bedürfnis, irgendwie in Kontakt zu treten mit Dingen, die unser eigenes Selbst übersteigen, von denen wir nichts verstehen. Ich glaube, deswegen gibt es ja Religion im Grunde, weil wir halt ein Bedürfnis danach haben, uns Sachen zu erklären, die wir nicht erklärbar finden. Ich bin ziemlich, also ich habe mit Gott überhaupt nichts zu tun. Organisierte Religion finde ich auch überhaupt nicht attraktiv. Ich bin eine Atheistin, aber ich glaube trotzdem, dass es halt irgendwie so Kräfte gibt, die eben größer sind als ich selbst, wie man bei den AA sagen würde. Und die irgendwie so ihre Finger im Spiel haben, wenn es um meine Lebensentscheidungen geht. Bei den Anonymen Einwohnern gibt es ja, glaube ich, auch dieses Ding von so, du bist nur so krank wie deine Geheimnisse, ne? Ja, ja, ja. Das ist wichtig. Das ist auch einer der Grundpfeiler von so, warum Meetings funktionieren, ne? Wenn man halt da hingeht und die Wahrheit sagt und wirklich sagt, wie es einem geht. Also nicht nur irgendwas erfindet, um gut dazustehen oder um was dazustellen oder um sich selbst zu beruhigen oder um irgendwelche Drittzwecke zu erfüllen, sondern einfach wirklich sagen, was ist. Und das alleine ist schon so selten und rar in unserer Gesellschaft, dass das schon eine heilende Wirkung hat, wenn man das macht. Hattest du das Gefühl, dass du in der Zeit, in der du getrunken hast, was verheimlicht hast? Ja, voll. Auf jeden Fall. Ja. Also vor mir selbst hauptsächlich. Ja. Aber natürlich auch in Konsequenz vor anderen Leuten. Wo wir halt über diese Spiritualität gesprochen haben. Es ist ja auch so, dass man, also wir reden ja von Spiritus. Ja. Das heißt Himbeergeist. Ja. Also dieses, ne, dieser spirituelle Rausch, den du beschrieben hast, den versuchen wir da ja auch so ein bisschen drüber zu stülpen. Ich fand das ganz interessant, dass bei dir auch gleich dieses Thema kam so, ja, mit Religion hast du nichts zu tun. Aber das Ding ist ja, das ist ja gar nichts Religiöses. Nee. Sondern das ist einfach, ich finde Spiritualität ist für mich so, die Bereitschaft dafür, das Spannende zu erkennen in Dingen um einen herum. Mhm. Mhm. Und auch Kraft daraus zu ziehen, keine Ahnung, man sitzt irgendwie im Café und hört ein interessantes Gespräch am Nebentisch mit und freut sich darüber und zieht daraus dann Energie. Oder man läuft die Spree entlang und guckt, wie die Sonne im Wasser glitzert und zieht daraus seine Kraft. Ja. Das ist ja eigentlich so das, was ich unter Spiritualität verstehe. Deshalb habe ich dich auch danach gefragt, weil das ja der Anfang des Buches eben genau dieser Rausch ist. Ja, ja, Spiritualität oder spirituelle Erfahrungen, auch wenn Leute zum Beispiel mit Substanzen spirituelle Erfahrungen machen, als mit Pilzen zum Beispiel oder so, dann berichten die ja eigentlich fast immer von einem Gefühl der Verbundenheit mit allem. Ja. Also das ist ja eigentlich so der Kern der Spiritualität überhaupt verbunden zu sein mit allem, mit dem Universum, der Welt und mit anderen Menschen. Und die Ego-Überwindung, das ist ja auch ein zentrales Motiv in vielen Religionen, dass man das Ego überwindet und Teil des Ganzen wird. Und das, ja, das passiert tatsächlich. Also das ist bei mir passiert, als ich nüchtern geworden bin tatsächlich. Das ist, glaube ich, auch das, was ich vorhin meinte mit so sich den Rausch aus der Nüchternheit zu holen, eben durch dieses Verbundensein mit dem Anderen. Bist du die Hauptfigur in deinem eigenen Leben? Ja, schon. Ich bei mir nämlich manchmal nicht. Wer ist denn die Hauptfigur? Es gibt keine Hauptfigur. Die Hauptfigur ist das Kollektiv. Ah, okay. Und ich bin Teil des Kollektivs und nehme aus dem Kollektiv was mit und gebe vielleicht manchmal was zurück, wenn es mir gelingt. Ja, ich meine, so eigentlich, wenn man es richtig macht oder wenn man es so betrachtet, wie diese spirituelle Energie das erfordern würde oder Idee das erfordern würde, müsste man ja sagen, es gibt keinen Unterschied zwischen mir und der Welt. Wenn ich irgendwie in meinem eigenen Raum, der mich umgibt, irgendwie dafür sorge, dass alles schön ist und voller Liebe ist und so, dann tut mir das auch gut. Dann bin ich gesund und gleichzeitig auch irgendwie die Welt. Wie ist dein Verhältnis zu deinem Ego? Also, Madonna hat mal gesagt, das Ego ist ein Hund, den man an der Leine führt und das ist gut, wenn man ihn unter Kontrolle hat. Also, es ist schön, wenn er macht, was seine Instinkte ihm sagen, so. Der kann einen auch beschützen, aber man sollte ihn unter Kontrolle haben. War es auch, war das Trinken für dich auch ein Abschalten des Egos oder ein Aufdrehen? Boah, das ist eine schwierige Frage. War das ein Abschalten des Egos? Also, was definitiv war, war das ein Betäuben meiner eigenen Bedürfnisse, die ja vermutlich ihre Wurzel im Ego haben, deswegen kann man das wahrscheinlich bejahen. Das ist echt wirklich eine schwierige Frage. Also, Grenzen setzen wird halt mit Alkohol schwieriger. Also, sich abzugrenzen gegen die Welt, was ja eine ego-getriebene Sache ist. Also, nein zu sagen zum Beispiel, das erfordert ja sehr viel Ego-Energie. Und das wird mit Alkohol ausgeschaltet. Aber interessanterweise ist man ja auf der anderen Seite dann doch irgendwie verbarrikadiert, weil einfach die Wahrnehmung so eingeschränkt ist. Man ist ja trotzdem irgendwie abgeschlossen von der Welt dann. Ja, das ist eine ziemlich isolierende Sache. Also, jede Abhängigkeit isoliert dich ja. Deswegen, ja, ist es wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen beides. Es betäubt dich und gleichzeitig stellt es das Ego in den Vordergrund. Viele, gerade männliche, ex-abhängige Trinker sagen ja auch, dass das Ego, das entfesselte Ego das Problem an ihrer Sucht war. Also, dass sie selber halt, dass das Überwinden der Sucht sozusagen für sie darin bestanden hat, dieses Ego, was so out of control ist und Megaloman ist und so, das zu zähmen durch die Nüchternheit. Also, ist Nüchternheit eine Akzeptanz der Genügsamkeit? Sagen zu können, ich habe alles, was ich brauche, ich brauche nicht mehr? Es gibt diesen Gelassenheitsspruch bei AA, dass der geht, Gott gebe mir die, die, warte mal. Da ist Gott, ne? Ja, Gott, aber das kann man auch ohne Gott machen. Gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Das ist ja im Grunde genommen einfach die Stoa, ne? Genau. Das ist letztendlich, ja genau, Genügsamkeit könnte man es auch nennen. Das stimmt schon. Also, dass man einfach sieht, wo die eigenen Grenzen sind und aber auch nicht davor zurückschreckt, das zu ändern, was man eben, was man ändern kann. Balance. Ja, Balance. Gab es für dich denn, also wenn wir jetzt die Stoa einbringen, gab es so, keine Ahnung, gewisse vielleicht philosophische Grundsätze, die dir diesen Lebenswandel, blödes Wort, ne? Die dir das so vielleicht erleichtert oder ermöglicht haben? Oder bist du so, hast du Mantras gebraucht und gesucht? Also, ich meine, als ich nüchtern geworden bin, war ich halt schon ziemlich verzweifelt. Also, ich habe nicht unbedingt, also ich hatte nicht so richtig Zeit oder Energie für so ein philosophisches Grundgerüst. Aber was ich, was ich auf jeden Fall gemacht habe in meiner ganz frühen Nüchternheit, war dieses, diesen Zustand der Klarheit und Reinheit und Purheit so krass zu romantisieren. Also, diese Idee von so, weiß nicht, weißen, leeren Flächen, Minimalismus, nur Wasser trinken, nichts, nichts brauchen, irgendwie diese Leichtigkeit, diese Klarheit der Gedanken und so, das total zu romantisieren. Das ist ja interessant, weil du ja davor eben das andere, das Gegenteil romantisiert hast. Den Exzess, die Verfügbarkeit von allem und das viel unterwegs sein und die Nacht und so. Ja, ja, stimmt, den Maximalismus auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, dass der Maximalismus mittlerweile irgendwie wiedergekommen ist. Also, mein normaler, natürlicher Grundzustand ist auf jeden Fall nicht der Minimalismus. Das kann ich schon mal sagen. Also, ich bin schon auch immer Maximalistin, so in allen möglichen Hinsichten. Auch so, wenn es um Interior Design geht oder so. Ich sehe das immer, wenn ich so meine Pinterest-Board angucke, die teilweise super alt sind. Dann ist eben zu der Zeit, als ich nüchtern geworden bin, alles so weiß und grau und so und leer und rein. Und jetzt die aktuellen Sachen sind halt eher krass bunt und trashig und so. Schöne große Kommoden, ausladen. Ja, ja, genau. Das ist so, alles irgendwie so eine Wohnung, wo du das Gefühl hast, hier ist seit Jahren lebt hier jemand gut, seit Jahrzehnten. Der Sessel ist groß und ausladen und hat eine coole, wo man perfekt reinpasst. Kann ich sehr gut nachvollziehen, kann ich sehr gut nachvollziehen. Wie ist das generell jetzt? Also, wie feierst du heute? Also, weiß nicht, ich gehe nicht mehr wirklich in Clubs oder so. Also, dieses ganze Clubkultur, so ganz doll laute Bässe und Rumknutschen mit Fremden und bla, sich gegenseitig anschreien, das überfordert mich halt, weil ich schon einfach sensibler bin. Du bist halt sensibler, wenn du dich nicht wegknallst. Deswegen ist das eigentlich nicht mehr so richtig ein Ort für mich, der Club. Feiern, weiß nicht, am liebsten mit halt weniger Leuten und besseren Gesprächen, würde ich sagen. Aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, ja, ich kann jetzt eigentlich auch um 23 Uhr nach Hause gehen? Doch, ich gehe oft um 23 Uhr nach Hause. Meistens schon. Das war bei mir interessanterweise in der Phase, wo ich nicht getrunken habe, gar nicht so. Ich war irgendwie auch, dadurch, dass ich nicht beeinträchtigt war, irgendwie, war ich auch einfach länger wach und auch länger munter. Ah, krass, okay. Nee, das, okay, du bist 23. Ich weiß nicht, 23 ist das sehr anders, aber jetzt ist es halt so, ich werde halt dafür bestraft, wenn ich nicht anständig schlafe. Also, da kriege ich sofort eine Quittung. Und ja, weiß nicht, also, das Leben ändert sich schon, die Umfelder ändern sich. Die meisten Leute, die ich so kenne, die sind halt, ja, die müssen halt auch ins Bett gehen, irgendwie. Und das, wenn die, also, wenn ich wirklich mal auf einer Party bin, wo alle trinken, dann finde ich das halt eine Weile lustig. Aber irgendwann sind halt alle so betrunken, dass sie auch immer wieder das gleiche Zeug erzählen. Also, die Gespräche wiederholen sich, werden halt irgendwie dümmer. Du bist halt intellektuell dann unterfordert und in dem Moment gehst du halt nach Hause. Ja, gut, das stimmt dann natürlich. Das war bei mir immer das Gute. Ich war dann auf Partys mit vielen Leuten. Das bedeutet, dann konnte ich immer einfach zu anderen. Die haben dann zwar auch das Gleiche erzählt, aber ich habe ja das vorher nicht mitbekommen. Ja, ich meine, es gibt ja auch immer noch die Musik, wenn die gut ist, kann man tanzen und so. Das ist dann natürlich auch… Nüchtern tanzen ist geil, oder? Ja, also nüchtern alles machen. Mittlerweile bin ich auch weg davon, das zu vergleichen. Also, ich habe das am Anfang, vergleichst du das natürlich immer, wie ist es betrunken? Weil du hast dieses krasseste Vorher-Nachher-Gefühl. Aber jetzt nach sieben Jahren denke ich mir so, ja, alles ist entweder gut oder schlecht und es hat gar nichts mit Alkohol zu tun. Manche Sachen mag ich, manche mag ich halt nicht. Jetzt hast du ja dieses Buch geschrieben und du sprichst in dem Soda Club Podcast da auch viel drüber. Aber bist du jetzt so wider Willen so eine Anlaufstelle geworden für Leute in deinem Bekanntenkreis, die dann so zu dir kommen und sagen, ja, ich weiß nicht, also bei mir mit dem Alkohol, ich weiß ja nicht, ob das so gut ist und kannst du mir da vielleicht irgendwie einen Tipp geben? Ja, schon. Also, wie gesagt, mein Umfeld hat sich an meine Nüchternheit gewöhnt. Die meisten Leute, die ich kenne, sind entweder nüchtern oder interessieren sich nicht großartig fürs Trinken. Deswegen, Anlaufstelle hat sich eigentlich in meinem Bekannten- und Freundeskreis erledigt irgendwie. Aber es gibt natürlich immer mal wieder Leute so im weiteren Kreis, die jahrelang teilweise ein aktives Problem haben und die dann irgendwann, wenn sie merken, okay, ich will das jetzt lösen, ich will das jetzt angehen, die sich dann natürlich an mich wenden, weil sie wissen, okay, ich habe wahrscheinlich Infos. Ist das eine Rolle, mit der du zurechtkommst oder denkst du da manchmal so, okay, gut, dass ich diesen Weg vielleicht bestritten habe, das mag ja alles sein, aber ich bin jetzt nicht der Guru, die Expertin? Nö, aber ich glaube auch nicht, dass die Leute das denken. Also ich gebäre, wie nennt man Gebärde? Ich gebärde mich ja nicht als Guru. Also in unserem Podcast sind wir ja auch, das ist ja ein Laber-Podcast, wir quatschen einfach so ein bisschen über unsere Erfahrung. Wir haben nicht den Anspruch, irgendwie anderen Leuten zu sagen, was sie machen sollen oder wie sie das machen sollen. Ich denke mir so, wenn du halt nüchtern wirst mit irgendeiner krass teuren Rehab meinetwegen oder mit Detoxen oder mit Crossfit oder so, das ist alles nicht mein Ding. Aber wenn es dir hilft, mach das halt. Ich meine, das, was wir halt vermitteln wollen, ist, erstens, dass Nüchternheit schön ist, dass es das schönere Leben ist, so, dass man auf der anderen Seite nicht verzichten muss, so, dass, das soll letztendlich die Botschaft sein, die wir vermitteln wollen. Und, und der Rest, so, wir wollen halt die Möglichkeit geben oder zeigen, dass es sie gibt, dass Leute sich einfach realistisch und angstfrei, vor allem mit dieser eigenen Beziehung, die sie zum Alkohol haben, auseinandersetzen können. Dass man das einfach mal besprechen kann, dass man einfach mal auch darüber offen reden kann. Wenn du diese Geschichte, die ja auch eine gewisse Verletzlichkeit hat und dich in einer gewissen Verletzlichkeit öffentlich darstellt, wenn du die erzählst, hattest du da Angst davor, dass diese Verletzlichkeit missbraucht werden könnte von außen? Oder hast du gesagt, ich tue das ja hier aus einem Grund? Wie soll man die missbrauchen? Wie sollte man das machen? Stimmt, wenn du selbst erzählst, hast du die Kontrolle darüber. Ja, natürlich. Wenn ich keine Geheimnisse oder dieses Geheimnis nicht habe, wenn ich kein Geheimnis zu schützen habe, dann gibt es ja auch nichts, womit man mich irgendwie erpressen könnte. Ich bin ja emotional nicht erpressbar. So, was, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass irgendjemand sagt, oh, das ist eine Ex-Abhängige oder so. Aber das interessiert mich ja nicht, weil das stimmt ja. Ich habe gerade auch so viel, dass vielleicht ein bisschen eine blöde Frage war. So, das war aber schon mutig, dass du das erzählt hast. Nein, das ist eine Frage, die immer kommt. Also wirklich jedes Mal, wenn mich jemand fragt, fragt der irgendwann das, so wie, wie und der Mut und wie krass. Und ich empfinde das überhaupt nicht als Verletzlichkeit, weil ich halt, ja, das ist ja alles meins. Das ist ja alles meine Story, meine Wahrheit. Ich erzähle dir so, wie ich will und wie ich das wahrgenommen habe. Ich bin halt der Boss über dieses Narrativ. So, was soll damit, also was soll passieren? Kann ja nichts passieren. Niemand kann irgendein Geheimnis enthüllen von mir. Ja, ich glaube, es hängt auch wieder damit zusammen, es ist eigentlich eine Frage der Authentizität. Also will ich in der Öffentlichkeit, also möchte ich in der Öffentlichkeit als das gesehen werden, was ich halt bin? Oder will ich händeringend irgendwie ein aufgehübschtes Bild von mir positionieren, ne? Und das hängt ja eigentlich, also das ist ja eigentlich ein sehr gesundes Verhältnis, so wie ich selbst, wenn man sagen kann, so nö, auch wenn ich was habe, was Leute vielleicht als Schwäche verstehen würden, ich bin das halt. Leckt mich doch. Ja, überhaupt. Also ich meine, gerade bei Abhängigkeit ist es ja so, dass wir gesamtgesellschaftlich glauben, dass Abhängigkeit eine Schwäche ist. Also Schwäche im Sinne von Willensstärke, Disziplinlosigkeit, die hat sich nicht im Griff, die hat irgendwie was, was nicht, irgendwie nicht genug Kontrolle ausgibt, whatever. So, aber mittlerweile denke ich, so eine Abhängigkeit zu überwinden, also das zu machen, diesen krassen Transformationsprozess, das erfordert so viel Stärke und Furchtlosigkeit, dass ich eigentlich total der Meinung bin, dass die Ex-Abhängigen die wahren Motherfucker sind. Und die wissen nämlich, wie man mit Krisen umgeht, so. Das ist Stärke. Und Abhängigkeit selbst, ist das ein menschliches Naturell oder ist das eher eine Krankheit? Ja, beides, maybe. Also Krankheit ist ja auch eine konstante. Also Krankheit ist ja nur, ist ja, wie hat Susan Sonntag, die hat mal was Tolles über Krankheit gesagt. Wir haben alle zwei Pässe für die Welt der Gesunden, die Welt der Kranken und irgendwann müssen wir halt diesen einen Pass benutzen. Nicht mehr, die wenigsten Leute sterben gesund. Also eine Krankheit gehört halt dazu. Und ja, also Abhängigkeit ist definitiv eine Krankheit, auf jeden Fall eine spirituelle Krankheit, meistens auch eine körperliche. Ja, aber es gibt Heilungsoptionen. Ich finde das so spannend, dass wir gerade jetzt bei diesem Krankheitsbegriff sind, weil man könnte ja sagen, wir leben ja unter Umständen, die uns eigentlich zu kranken Leuten erziehen. Also hier die Straße runter ist ein Burger King, überall an jedem Bahnhof gibt es irgendwie Fast Food, überall ist Alkohol permanent vorhanden, überall wird irgendwie geraucht und wir atmen die Abgase der großen Straßen ein. Müsste es nicht irgendwie auch ein Umdenken geben, dass wir aufhören, uns so krank zu machen? Das wäre schön. Das wäre richtig schön. Ja, ich meine, wir leben in einer Zeit, die total beispiellos ist, was so Abhängigkeitspotenzial auch betrifft, weil wir ja egal, also wir können ja jede Sekunde füllen. Wir müssen ja quasi eigentlich nie mit uns alleine sein. So, es gibt 24 Stunden, können wir uns beballern mit irgendwas. Wenn wir irgendwie schlechten Gedanken an den Tod haben, nimmst halt das Telefon, machst irgendeine App auf, spielst irgendein Spiel, machst Doomscrolling oder Social Media oder keine Ahnung. Das ist meine große Abhängigkeit tatsächlich. Ich habe neulich mal geguckt, was ich so an Bildschirmzeit habe, mir sind die Gesichtszüge aber sowas von entgleist. Ja, und das ist ja auch, das ist eine Strategie, um von sich selber wegzukommen. Du kannst dich halt komplett versenken an diesem Bildschirm und weg sein über Stunden. Oder du kannst shoppen gehen, du kannst ständig Zeug kaufen, du kannst mittlerweile ja spät in die Nacht kannst du einfach shoppen, kannst du Online-Shopping machen oder halt essen. Essen ist auch für viele Leute. Oder die Dating-Apps haben halt auch dieses ganze Dating-Game und Sex-Game total einfach beschleunigt, wahnsinnig beschleunigt. Und auch kapitalisiert. Also das ist ja wirklich wie Window-Shopping, da so innerhalb von drei Sekunden zu entscheiden, so ja, ich sage es jetzt mal so blöd, wie es ja leider auch oft auch ist, fuckable oder halt nicht fuckable. Das ist also, kann man sagen, so ein bisschen auch eine typische Krankheit einer reichen Gesellschaft? Ja, schon. Weil man muss ja, ne, also wenn, wenn es nicht, wenn es nicht viel gibt, also wenn man sich jetzt vorstellt, man lebt so in so prähistorischen Zeiten, so ohne Telefon, ohne, das ist ein Buch meinetwegen und vielleicht eine Kerze und kein elektrisches Licht und du kannst halt, so, du hast halt keine Reize, die dir ständig zur Verfügung stehen. Dann musst du dich halt selber, also bist du halt auf dich selber zurückgeworfen und du kannst gar nicht anders, als dich selber auszuhalten letztendlich. Und jetzt ist es so, dass wenn du, also du musst halt aktiv abschalten. Du musst aktiv dich dafür zu entscheiden, mal nichts zu machen oder nichts anzugucken oder nichts zu denken oder so. Das ist halt eine ständige Disziplinübung, die du früher einfach nicht brauchtest. Das ist ja auch wieder dieses Ding mit der Abstumpfung, ne? Ja. Diese permanente Verfügbarkeit stumpft uns ab und dann, so, dann bleiben wir halt irgendwie hängen am TikTok-Algorithmus, der uns 20 schöne neue Katzenvideos präsentiert oder so. Genau, ja. Wenn, wenn du jetzt irgendwie ausgehst, was ist dein Go-To-Getränk? Ist es einfach Sprudelwasser oder ist es auch eine Cola oder sowas? Äh, ach, keine Ahnung, ja doch, Cola trinke ich manchmal, was trinke ich denn noch so? Wasser trinke ich auch mal. Manchmal Tonic, ich trinke auch manchmal alkoholfreies Bier. Dieses 0-0, da gibt es ganz gute Sachen, ne? Ja, das werden halt auch immer mehr, weil die Leute, also weil es halt wirklich einen Zeitgeistwandel gibt, das kann man schon merken. Augustina hat jetzt gerade, ja, alkoholfreies Weizen, glaube ich, machen die jetzt. Das sind ja die krassen, die Oberbayern-Bier-Verfechter ohne Ende. Ich hatte, ich fand dieses, was war das denn? Es gab irgendwie eine Grombacher 0-0, habe ich gerne. Auch manchmal so, finde ich halt auch tatsächlich erstaunlich lecker, weil es auch so süß ist irgendwie. Und das, das erfüllt dann immerhin dieses Gefühl, sodass man so ein bisschen den Zucker noch mit reinbekommt, ne? Ja, ja. Ich komme zu meiner letzten Frage, die ich dir stelle, so wie ich sie vielen anderen oder eigentlich allen anderen Gästen in diesem Podcast auch stelle. Der Podcast heißt ja Die Gute Gesellschaft. Wie werden wir das? Zu einer guten Gesellschaft? Ja. Oh, ich wusste gar nicht, dass du die Frage stellst, sonst hätte ich vorher drüber nachgedacht. Ja. Also, ich glaube, wir werden auf jeden Fall eine sehr viel bessere Gesellschaft, wenn wir ehrlich miteinander reden. Also, eigentlich will ich immer, dass alles wie ein AA-Meeting ist, was bedeutet, dass einfach, ein AA-Meeting ist eigentlich quasi nur, Leute setzen sich an den Tisch und sagen, was wirklich Sache ist in ihrem Leben. Was wirklich passiert, was sie wirklich fühlen und wie der Stand der Dinge wirklich ist, so. Und allein das zu machen, also einfach ehrlich zu sein in einem Raum mit anderen Menschen für, keine Ahnung, eine Stunde in der Woche, das verändert so viel, so. Weil das halt Empathie schult, es vermittelt dir irgendwie so ganz bildlich auch, dass wir viel gleicher sind als unterschiedlich. Also, dass halt Leute auch, von denen du denkst, die sind so anders als ich und haben so ein anderes Leben und sehen so anders aus, dass eigentlich die Essenz bei uns allen mehr oder weniger gleich ist. Und das ist super heilsam. Also, das fördert halt Empathie und Toleranz, Mitgefühl, all diese Dinge, Frieden. Aber dafür muss man halt auch ehrlich zu sich selber sein können, ne? Ja. Ja, ja, ja. Also, muss man das lernen oder ist das was, was wir eigentlich tief in uns drin alle können? Ich glaube, beides. Also, ich glaube, wir können das schon alle, aber natürlich musst du, man muss auch einen Raum dafür haben. Man muss ja auch, man muss ja auch angstfrei sein. Also, ne, wenn halt ehrlich mit dir selber bedeutet, dass du dafür bestraft wirst sozial, dann trainierst du dir das natürlich ab. So, also, du brauchst ja auch als Kind schon, brauchst du ja einen sicheren Rahmen, in dem du ehrlich sein kannst, ohne dass du verurteilt oder irgendwie abgewertet wirst. Und das ist als erwachsener Mensch ja genauso. Also, du, die meisten Dinge, die wir vor uns selber verheimlichen wollen, verheimlichen wir ja deswegen, weil wir Angst haben vor sozialen Sanktionen durch andere Leute. Und wenn man dann lernt, dass man was sagen kann und nicht verurteilt wird dafür, obwohl man dafür immer Angst hat, dann ist das eben ein krass, also, das ist halt ein krass selbstverstärkendes, positives Gefühl, ne? Und jemand, der einen dafür sanktioniert, dass man ehrlich mit sich selber ist und der ist dann vielleicht auch nicht der allergrößte Verlust, ne? Genau, ja, im Idealfall hat es dann eben zur Folge, dass man zu dieser Gruppe gar nicht erst gehören will. Ja. Also, unser Appell, traut euch zur Ehrlichkeit euch selbst gegenüber und wenn euch Leute damit dann drohen, dafür aus eurem Leben zu scheiden, seht es als Einladung. Vielen lieben Dank, Mia Garton. Danke dir. Das war Die Gute Gesellschaft, der Interview-Podcast mit Bent-Erik Scholz. Neue Folgen immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören.